Du bist wieder Gott. Du bist wieder gar nichts, Elias. Ich bin halt was Besseres gewohnt. Wollt euch mit den Pfannenkuchen extra Freude machen. Die sind Pfannenkuchen? Schade. Ich hab sie für ein warmes Sollenleder gehalten. Lass deine Tratzenkartel, nur schmeckt's. Höchste Zeit wird's, dass wir endlich wieder ein Hausring kriegen. Die läuft auch wieder nach vier Wochen davon. Bei uns am Bauern hält's ja keine aus. Weil sie ihm alle schöne Augen himmachen. Und das vertrag der nicht, der Bauer. Er fürchtet die Weiber, wird ein teufels Weihwasser. Sag das nicht. Er seht die schönen Weiberleute nicht ungern. Aber seit sein Vetter, der alte Backhofer, das saudume Testament gemacht hat, will er von den Weibern nix mehr wissen. Na, der Bauer hat doch schon alles gehört. Ja, aber da ist eine Bedingung dabei. Er muss mit 45 Jahren verheiratet sein. Sonst fällt der Hof an die Säffer. Das ist eine weitschichtige Verwandte von ihm. Wie alt ist er denn jetzt, der Bauer? Im Oktober war er 44. Warum? Weil der Backhofer so eine Bedingung gestellt hat. Nein, da war er selber schuld, der Bauer. Er hat's ein bissl arg getrieben. Man hat den Sonnen den Nahrischen Gorel geheißen im Dorf. Na ja, da hat sich der alte Ding, das Heiraten ist das einzige Mittel, was einem Bauer wieder vernünftig machen kann. Ja, da hat er ganz recht gehabt. Er hat aber nicht mit dem Bauern seinen Dickschädel gerechnet. Bevor sich der zu was zwingen lässt, verzicht er lieber auf die ganze Erbschaft. Dem ist halt seinen Lebtag noch nie schlecht gegangen. Sonst wirst du die Erbschaft schon besser schätzen. Der ist ja auch nicht in Hofkarmer, Teufel. Wir viele haben schon angelopft bei ihm und wollten ihm eine Hochzeiterin zubringen. Aber er macht sich ja nur lächerlich drüber. So wie er eine sich, die einen untrock-trockt, meint er schon, die will was von ihm. Ich weiß, was deiner selber schuld, wenn sie so eine Getue haben um den Bauern. Da muss er sich einbilden, dass alle in ihren verliebt sind. Ja, strammes Mannsbild ist er ja. Schau, schau, die Kattel spielt's da auf ihm. Könnt mir einfallen, dass ich einem Mannsbild nachlaufe. Das meint er auch. Da bin ich schon einer da, mein Lieber. In dem Punkt traue ich keinen guten. Gut, dass das der Bauer nicht gehört hat. Der wird sich schön fürchten vor dir. Ich glaub gleich gar, du bist eifersüchtig auf deine Schwester. Wer soll denn sonst aufpassen drauf, wenn sie nicht tun? Da versteh ich auch beim Bauern keinen Spaß. Ich brauch keinen Aufpassen. Und der Bauer, der will mir schon nix. Aber wenn der nicht bald ans Heiraten denkt, dann kann's passieren, dass wir alle bald auf der Straße sitzen. Einen Dienst finden wir immer wieder. Wenn der Bauer schon so Angst hat vor den Hausarrennen, dann soll er sich halt eine Eude nehmen, die über das gefährliche Alter hinaus ist. Ja, wenn man das wisst, wann die Weiber über das gefährliche Alter hinaus sind. Ich glaub, es gibt gar keinen Jogern, der ganz sicher ist. Na, grüßt euch. Grüß dich. Mein Bruder ist mal wieder nicht da. Nein. Kommt, jetzt nicht einmal wer zum Essen haben. Da versammt er ja nix. Der Kattel, der Kost ist ihm halt so lebensgefährlich. Ich bin ja auch kein Köche. Nein, das kann ich nicht einmal dein Todfremd behaupten. Ist er wieder beim Landbewirt. Hör, worin sonst? Da ist er ja mehr daheim wie auf seinem Hof. Es ist eine Schande, wie er dir mit dem guten Geld umgeht. Weil er es zur Konkurrenz tragt. Na, freilich. Bei mir bleiben jetzt wenigstens in der Familie. Aber schuld ist bloß meine Alte, weil es mit der man Krach angefangen hat. Wo spürst du deine Ohrwascheln so auf? Zürich da draußen noch Arbeit? Wenn du so mit deiner Kundschaft umgehst, kann ich mein Geld ja auch zum Landbewirt tragen. Mein Bruder wird das leichtsinnige Leben bald ein Ende haben, wenn er einmal verheiratet ist. Ja, wenn. Heiraten muss er. Für den Bauern gibt's kein Müssen. Aber für meine Alte, die bringt ihn so weit. Deine Alte, die kann einen am meisten abschrecken. Wenn man deine Alte anschaut, dann wünscht man sich direkt ein Gesetz, das das Heiraten verbietet. Jetzt mach's nicht gar so arg. So schlimm ist sie auch wieder nicht. Sie hat halt ein bisschen einen festen Willen. Ich bin da ja nicht neidig. Jeder kriegt die, die er verdient. Dummes Gerät. Also, wenn mein Bruder kommt, dann schickst du ihn rüber. Der geht ja doch nicht. Dann schimpft man Alte wieder den ganzen Tag umeinander. Weißt eh, wie es ist, wenn ja was nicht rausgeht. Ich sag's ihm, aber der wird sich von dir nicht auf die Schlachtbahn führen lassen. Dann bin ich wieder mal der Schlachtopfer. Wie immer. Ja, lass dir's halt nicht gefallen. Hau hat er mir mit der Faust am Tisch. Dann müsst ihr ja da und nach draufhauen. Ich hab eh schon bald keinen ganzen Tisch beim Haus. Also, wenn mein Bruder kommt, dann gebt's mir Bescheid. Fürth euch. Fürth. Was wollen denn die Wirtin von unserem Bauern? Das bekümmert doch uns nix. Aber vom Bauern muss sie Respekt haben, weil sie nicht selber kommt. Er hat sich schon einmal vom Hof gewissen, weil sie ihm zu viel dreh geredet hat. Da hat sie ja die Rieb verschlagen. Aber jetzt wird's halt die Sprache wieder gefunden haben. Grüß Gott. Grüß Gott. Bin ich da recht auf dem Bachhof? Am Bachhof bist du schon. Aber ob du recht bist, kann ich nicht wissen. Was willst du denn? Bist du der Bauer? Nein. Wir zwei gehören nur zu den Untertanen. Du bist gewiss, dass du unsere Gegend bei dem Bachhof nicht kennst. Vergehört hab ich schon öfters von ihm, aber gesehen hab ich noch nie. Da wärst du nicht viel Gutes gehört haben von ihm. Das kümmert mich nicht. Ich hab gehört, er sucht eine neue Hauserin. Und da hab ich mir gedacht, schaust du mal vorbei, vielleicht ist das was für mich. Eine Hauserin? Die bräuchten mir so notwendig wie ein Stückchen Brot. Aber du bist nicht die Richtige. Im Weg mein ich, wär's, wenn wir's sonst gemacht haben. Ja, habt ihr schon andere? Nein, das nicht, aber die nimmt der Bauer nicht. Warum sollst du mich der Bauer nicht nehmen? Er kennt mich doch gar nicht. Der Bauer soll froh sein, wenn wir überhaupt nach Hause oder ihn kriegen. Wenn du nur anders ausschauen willst. Anders ausschauen? Ja, ja. Da fehlt Ihnen was. Nein, das nicht, aber du bist jung und sauber. Also ich bin ja nicht zum Anschauen da, sondern zum Arbeiten. Mir wär lieber, du wärst alt, schich und kreislich. Mir nicht? Also euer Bauer muss ein ganzer Extriger sein. Er kann's doch gleich sein, wie seine Hauserin ausschaut. Er ist ja nicht verheiratet damit. Ja, das ist ja was er für. Kannst gut kochen. Ja, als Hauserin muss ich doch kochen können. Dann muss er dir einstellen, ob er mag oder nicht. Sonst verhungert ich da noch bei lebendigem Leid. Kannst gut lernen. Was aber lernen kann? Ja, ich mein, das wär halt schön, wenn du ein paar Liebhaber hättest und ein halber dutzend ledige Kinder. Sag mal, was glaubst denn du von mir? Der Bauer, so wie sie auch glauben, dann hätt er wenigstens keine Angst vor dir. Nein, nein, sowas lass ich mich nicht ein. Dann bist du schuld, wenn ich an einer Pfannekuchervergiftung stirb. Ich mag mich da nicht mit einer Lug ins Haus einschleichen. Lieber geh ich wieder. Nein, bleib nur da. Der Elias wird seinen Bauern schon beibringen. Wann kannst du denn einstehen? Wenn es einem Bauern recht ist, kann ich gleich da bleiben. Meine Koffer habe ich beim Wirk drüben. Die können da Xaverl holen. Wenn sie einmal da bist, dann wird die der Bauer schon behalten. Xaverl! Xaverl! Komm einmal rein zu mir. Ich zeig dir jetzt unsere Kammer und der Weikus, der Elias, dem Bauern in Ordnung bringen. Er muss ja sagen, bevor er es gesehen hat. Dann wird er es schon wieder rausschmeißen. Was ist los, Elias? Die man schub kann und fahren über zum Wirt und holt die Koffer von unserer neuen Hauserin. Was? Wir haben eine neue Hauserin? Wie schaut es denn aus? Es kann doch dir gleich sein. Ja, eben nicht. Vielleicht ist es eine für mich. Ich weiß nicht, ob sie was versteht von der Kinderfürsorge. Ich habe vielleicht mehr Erfahrungen mit den Weibern als für du. Wo ist denn die Hauserin so schnell hergekommen? Der Osterhaus hat sie gebracht. Wer hat mir nur so kündig sein können. Was tust du denn, oder, Herr Winn? Haben wir heute einen Feiertag? Der Elias hat mir gerade geschrien. Jetzt geh nur zu und tu das, was ich da angeschafft habe. Also bei uns weiß man schon bald nicht mehr, wer eigentlich angeschafft. Was neust du, Elias? Dein Bruder war da. Hast du ihn nicht getroffen? Nein, was hat er wollen? Sein Alter hat mich geschickt, da sollst du lieber kommen zu ihm. Macht keinen Witz. Sie will sich aussöhnen mit dir. Das feiert mir gerade noch. Ich bin ja froh, dass wir sonst jetzt gekriegt sind miteinander. Geh es nicht lieber dazu. Könnte mir einfallen. Wer weiß, was die wieder vorhat. Ja, vielleicht will sie dich auf den Pfad der Tugend zurückbringen. Oder sie hat wieder eine neue Hochzeit an dem Tümmig. Kann sein. Herr Bauer, das letzte Jahr ist bald rum. Wenn es dann schon bald rum wäre. Er kriege ja doch keine Ruhe. Ist denn das Heiraten gar so schlimm? Vielleicht wäre ich längst verheiratet, wenn das saudome Testament nicht wäre. So weiß ich, dass das ganze scheinheilige Geduld von den Weibern meinem Hof aber nicht mir gilt. Meinst du nicht, Bauer, dass du das Misstrauen ein bisschen übertreibst? Die Seffa kann sich nicht hintreiben dabei. Von mir aus kannst du den Hof heute schon haben. Werst sehen, wie schnell ich dann mehr Ruhe habe? Mach keinen Dummheit, Bauer. Wer weiß, wie du über das Jahr denkst. Nicht anders als heute. Ich weiß, dass es eine Dummheit ist, wenn ich auf die Erbschaft verzichte. Aber ich habe nie damit gerechnet. Und zwingen lassen mich nicht. Die Sternwirtin hat den gleichen Dickschädel wie du. Die gibt die Hoffnung noch lange nicht auf, dass sie dich verheiratet. Die Hoffnung wird sie nicht mehr lange haben. Du, der Spurchen streicht, dass sie ein ganz Jahr lang die Sprache nicht mehr findet. Die schickt mir keine Hochzeiterin mehr ins Haus. Bauer, dass wir von was anderes reden. Ich habe heute eine Hauserin eingestellt. So. Ich hoffe, es ist dir recht. Wenn sie mich in Ruhe lassen, ist sie mir recht. Dann kann sie bleiben. Ja, natürlich kann sie bleiben. Du tust ja gerade wie, wenn wir die Hauserin ein Dutzendweiß zum Aussagen hätten. Du hast dich doch vorher angeschaut. Ja. Ja, dann ist sie recht. Die Karte soll mir noch ein Krug Maß bringen. Gut, dann sage ich der Hauserin, dass sie bleiben kommt. Ja. Und bringen sie auch gleich mit dem Lohn in Ordnung. Ich konnte dir auch gleich sagen, wie sie bei uns am Hof gehalten werden. Fischereg, Bauer. Grüß Gott, Bauer. Wer bist denn du? Die neue Hauserin. Das heißt, wenn mich du nicht gleich wieder fortgeschickst. Du bist doch dann erlebt, doch noch nie eine Hauserin gewesen. Ja, bis jetzt habe ich das Hauswesen daheim geführt. Aber jetzt heirat der Bruder auf dem Hof und da muss ich mir mal einen Dienst schauen. So. Na ja, setz dich her. Ja, wenn dich der Elias reingestellt hat, dann kann mir da nichts mehr ändern. Warum? Ist dir nicht recht? Ich kümmere mich nicht viel um den Hof. Was doch eher der Frau, der die alles zusammenhalten kann. Traust du mir das vielleicht nicht zu? Warte doch erst einmal ab, wie ich meine Arbeit mache. Du schaust mir nicht aus, wenn du wegen der Arbeit zu mir kommen wirst. Warum soll ich denn sonst gekommen sein? Vielleicht hast du auch schon gehört vom Testament vom seligen Bachhofer. Du wärst nicht die Erste, die darauf spekulieren nicht. Also sag einmal, wer gibt denn dir das Recht, so etwas von mir zu glauben? Na, na, na. Ich hab meine Erfahrungen gemacht mit den Weibern. Und warum soll ich gerade bei dir Ausnahmen machen? Oder hast du vielleicht wirklich noch nichts gewusst von der Bedingung im Testament? Wissen tut das jetzt, Kind, in der ganzen Umgebung. Aber ich hab gewiss nicht an sowas gedacht. Verlang's dem Ernst, als ich das glaub. Glaub's oder glaub's nicht. Ich wär mir ebenfalls zu schade für so ein einbilderisches Mannsbild, wie du eins bist. Wer ist einbilderisch? Du! Wenn du dich einbildest, für jeden müsst ihr Glück sein, wenn sie dich einmal kriegert. Und dann bauch auf dazu. Geh. Was redet ich mit dir überhaupt? Bin ja dir keine Rechenschaft schuldig. Ja, ja. Dann kann ich wohl wieder gehen. Ja, schade, dass du den Weg umsonst gemacht hast. Ja, ganz umsonst war er ja nicht. Wenn ich auch keinen Dienst gefunden hab, sollst du wenigstens einmal ein wahres Wort zum Herrn kriegt. Oh, ich glaub gleich an, du wärst im Stamm und hast mich abgewiesen, wenn ich den mögen hätte. Da kannst du dich drauf verlassen. Jetzt pfiert die Gott. Ich bin dir nicht einmal böse, weil ich glaub, dass du trotz deinem schönen Hof bloß ein armer Teufel bist. Ich hab die Karte von der Hausartin draußen. Soll ich's gleich rauftragen? Trag's wieder rüber zum Wirt. Nix da, trag's rauf in die Kammer von der Karte. Da stehen ja zwei Betten drin, oder? Möchtest du lieber eine Lohenkammer haben? Ich hab einen Bauer. Hey, schau nicht so blöd durch das, was ich da angeschafft hab. Das mag ich. Wenn zwei erschaffen und jeder was anderes. Also dann, probieren wir's miteinander. Du willst mich trotzdem behalten. Ja, freilich. Bei dir bin ich mir sicher, dass du mich nicht heiraten willst. Davor bewahr mich der Himmel. Sag mal, bin ich denn kein so ein kreisliches Mannsbild? Naja, jetzt wird's jetzt herausstehen, ob du mit den Händen genauso fleißig bist wie mit dem Mundwerk. Da soll's nicht dran fehlen. Ah, noch eins mehr. Wie heißt denn du? Fini. Fini? Na ja, ich muss ja wissen, wie's du heißt, ne? Ah, jetzt ist er ja selber da. Herr Bruder, wer ist's? Hast du einen Platz gekriegt? Vorerst schon mal. Hätt ich auch gebrauchen können. Für die Wirtschaft. Ja. Wenn ich meinen Bruder rausgeschmeiß, kommst du zu mir, gell? Ich hoffe, dass ich dich nie beim Wort nehmen muss. Sauber, Strutschel. Was gibt's mal das? Ja, du wirst es kaum glauben. Aber ich komm als Friedensengel. Aube, Aube. Du, wenn der Alde so sanft das heute raufzieht, dann gullst du was von mir. Ja, freilich, das wär ja ganz gegen ihre Natur. Wir haben einen Besuch gekriegt. Und? So ein Röserl. Was für ein Röserl? Ja, ich halte sie mehr für einen Rosenstengel. Aber meine Alde hat einen Narren an ihr gefressen. Ist ein Basel von ihr, weißt du? Brauchst du mir nix mehr erzählen, ja. Sie möchte das Röserl in deinen Garten verpflanzen, verstehst du? Glaubst du, dass mich das Röserl auch nimmt, wenn ich keinen Hof mehr hab? Nein, gar nicht. Gewiss nicht. So schön bist du auch wieder nicht, dass die eine ohne Hof nimmt. Das Röserl hat ja selber nix. Aber, weißt du, was ich möchte, so schnell als möglich Bayern werden. Na, dann weiß ich richtig heilt. Wie meinst du? Weil ich heid' noch auf die Erbschaft verzichte. Heid' noch? Ja. Dann wird sich das sehr verfreien. Ach so. Dann tut dir mir halt die Freude nicht. Weißt du was? Der Nächste, der da bei der Türe geht, der soll den Hof haben. Der soll ein Jahr lang da der Bauer sein. Ja, und du? Hingeh'n Ausdruck und lass mir den Sonn auf den Buckelscheinen. Geh, bei mir ist doch gleich, ob ich ein Jahr früher oder später aufhier. Auf diese Weise kann ich dem armen Teufel Freude machen und mich lassen's endlich einmal in Ruhe. Und mein Alte, den lass dich unter Kuratel stehen, weil du geistlich nicht mehr verrechnungsfähig bist. Das macht doch nix. Die Hauptsache ist, dass sie sich recht ärgert. Gar nicht, das wärst du noch überlegen. Mein Wort drauf, dass ich's tue. Und mein Wort, das steht. Dann trifft mein Alte der Schlag. Aber mach doch keine Hoffnungen, die bleibt ja schon. Herein. Grüß Gott. Gut. Da, schau her. Da kannst du jetzt deine Nachfolger gleich raussuchen. Meine Herren, entschuldigen Sie die Störung. Wir sind zwei arme Reisende und bitten um eine kleine Unterstützung für unsere armen, unmündigen Kinder und um ein bisschen was zum Essen für unsere leibliche Notdurfen. Und wenn wir noch ein bisschen einen Platz kriegerten, wo wir übernachten könnten, dann würde der Gotteslohn für diese gute Tat nicht ausbleiben. Ihr seid uns gerade noch abgegangen. Auf euch haben wir schon gebargt. Ja, aber ihr braucht keine Angst haben, dass ihr uns eine Arbeit geben müsst. Nein, nein, so unbescheiden sind wir auch wieder nicht, dass wir den anderen Leuten die Arbeit wegnehmen. Nein, wir wären schon zufrieden, wenn wir ein bisschen was zum Essen kriegerten. Ja, das soll's haben. Ihr wisst ja gar nicht, wie gut es der Ratner hat, dass ihr dahergefunden habt. Ja, ja, die Wege der Vorsehung sind wunderbar. Mein Kollege, der Nassl, wollte schon nicht mehr weitermarschieren. Aber mir hat eine innere Stimme gesagt, dass ich heute noch was zum Essen krieg. Und ihr zwei macht auf mich so einen vertrauenserweckenden Eindruck, dass ich sogar noch auf einen Nachtlager hoffen. Redet einmal was, lass nicht alles mir allein reden. Seit zehn Jahren bin ich arbeitslos und daheim sitzen sechs unmündige Kinder und warten auf, verstehe ich Brot? Warte, Mann, das ist die verkehrte Walzen. Das macht der Hunger. Der bringt alles durcheinander. Das ist wohl dein Lehrbruder. Hat der noch nicht ausgelernt als Fechtbruder. Schau so aus, wie der Fechtbruder. Nein, nein, das sind ehrbare Handwerker, aber arme, vom Unglück verfolgte Menschen. Und das ehrbare Handwerker habe ich aber noch wenig eingebracht. Seit drei Tagen kann mir kein Missenprober gestern sein. Mein ganzer Reichtum steckt da drin. Ich hab ein Herz. Ja, warum sollst du kein Herz haben? Ja, aber das gute Herz lasst nicht zu, dass ich so was bringe. Und das gute Herz lasst auch nicht zu, dass ich einen armen Teil für die Arbeit wegnehme. Hat die Angst vor der Arbeit heute. Was habt ihr denn für ein Handwerk? Ja, der Nassl ist ein Künstler, ein Musikant. Und ich hab einen Spezialberuf. Was bist du denn heute? Ein Sargmacher. Ein Schreiner? Nein, nein, ein Schreiner ist noch lange kein Sargmacher. Sargmachen ist eine Kunst. Und darum langt ein richtiger Sargmacher niemals eine andere Arbeit an. Oh, weh, hier ist recht. Nein, ihr braucht keine Angst nicht haben. Ich sag's euch, wer sich von mir einen Sarg anmessen lässt, der mag am jüngsten Tacker nicht mehr raus, so wohl fühlt er sich da drin. Ja, schade, dass wir gerade keine Verwendung haben dafür, gell? Macht ja nix. Ich bin nicht einer, der der Arbeit nachläuft. So viel Stolz muss der Mensch haben. Jetzt setzt's euch mal her. Schauen wir mal, ob wir für heute Brotzeit haben. Schaut mal, bring mal Brotzeit für zwei Mann und meinen Krugmost. Das Herr Gabriel Brotzeit hat er gesagt. Ich hab was von einem Moos gehört. So, also, du bist also ein Sargmacher. Da hast du einen Spezialberuf und ruhige Profession. Ja, ja. Ich such mir auf meiner Wanderschaft schon mal nur die gesündesten Gegenden raus. Und trotzdem ist es mir in dem Jahr schon dreimal passiert, dass ausgerechnet jemand gestorben ist, wie ich ins Dorf gekommen bin. Ach, so ein Bich. Da hast du in dem Jahr schon drei Sarge machen müssen. Beinahe. Zum Glück war überall ein Schreiner da. Und du bist der Musikant. Was spielst du nachher? Mundharmonika. Aha. Ein schöner Beruf. Ja, aber der lernt schon noch was anderes. Auch noch. Ja, dem fehlt er bloß das Instrument. Das Talent hat er dazu. Und der ist ja noch nicht so lange auf der Wanderschaft. Wie lange bist du schon unterwegs? Seit ich ausgelernt habe. 25 Jahre. Feierab bist du nicht? Nein. Ich hab überhaupt wenig Unglück gehabt in meinem Leben. Unberufen. Sag mal, was hast du schon mal mit der Bauernarbeit probiert? Nein. Nein. So weit hab ich mich noch nie vergessen. Mit dem bist du aufgerichtet. Ein bisschen Nachfragen hätt ich gar nicht finden können. Du, jetzt machst du mal Brotzeit und dann wirst du doch eine große Überraschung erleben. Ja, wer 25 Jahre Landstraßen unter die Füße hat, den kann nix mehr überraschen. Hört doch erst einmal die Brotzeit ab. Ich glaub schon bald ein Wunder. Sag mal, hast du noch nie so einen heimlichen Wunsch gehabt? Warst du so einen heimlichen Wunsch, wo man nie hoffen kann, dass einem rausgeht? Tja, so einen hätt ich auch. Was wär das dann? Ich möcht einmal so viel essen können, dass ich nimmer stehen kann. Und ein richtiges Federbeet und keine Blasen an die Füße nimmer. Du denkst bloß an Nebensachen. Wenn man schon wünscht, dann muss man richtig wünschen. Das sag ich auch. Was wünschst denn auch du? Schnaps. Lauter Schnaps. So viel Schnaps möcht ich mal haben, dass ich keine Treppe nimmer unterbringe. Ist das heils? Ja. Ja, wenn du dir noch mehr wünschen dürfst, dann möcht ich noch mehr Schnaps. Möchtest du dir das nicht nochmal überlegen? Nein, du, in dem Jahr hab ich mir noch viel Spaß hier erleben. So, da ist jetzt die Brotzeit. Ist die für die zwei her? Hast du das gehört? Für wen hält denn die uns? So, und jetzt lasst es euch gut schmecken. Und wenn der Krug leer ist, dann müsst ihr es halt sagen. Ja, wir werden es ja frei sein. Vorher sagen wir mal, vergeht es gut. Sag ich mal, wo hast du Stoffe? Feuern, da geht's gar nicht. Am Kindersegen wird's wieder reinkommen, Bayerin. Mir war's schick nur. Das ist nicht die Bayerin, das ist die Hauserin. Aber was nicht ist, kann er noch werden. Sag ich mal, ob da der Karte geschirrt noch nicht dir? Die Karte hat eine andere Arbeit und fürs Haus bin ich jetzt ich zuständig. Sag ich mal, muss den du immer wieder reden? Also dafür kann sie nix. Das du wiederreden ist den Weiberleuten angeboren. Also entweder bin ich die Hauserin, dann mach ich auch die Arbeit, die mir zusteht. Oder ich bin die Hauserin nicht. Dann kann ich auch wieder gehen. Sag ich mal, zu dir darf man wohl überhaupt nichts sagen. Wennst du anschaffst, dann tu es mit Verstand. Wennst aber bloß dein Grant an mir auslassen willst, dann bin ich nicht die richtige Person dazu. Ich hab dir nicht geschrien, dass du kommen sollst. Darum brauchst du mir jetzt auch nicht sagen, dass ich wieder gehen soll. Bis jetzt hab ich geglaubt, dass dir ein Wort was gilt. Aber du bist ja wetterwändisch wie Rollzweig. Weil ich keinen Widerspruch vertraubt, da wär ich ein Viech. Das hab ich schon gespannt. Ich bin ja unter die Viecher aufgewachsen. Gut, ich muss zu mir kommen. Die ist sogar meiner Alten gewachsen. Nimm's mir mit, die Ehe, die ist noch besser. Du, isst du für deine sechs unmündigen Kinder auch gleich mit? Kinder? Ich hab ja keine. Das sind bloß so Geschäftstricks. Sag mal, was darfst du jetzt sagen, was du es immer so haben könntest? Ja, gar nix. Weil es das nicht gibt. Ich sag dir im Ernst, wenn du willst, dann kannst du ein Jahr lang auf dem Hof der Bauer sein. Du kannst tun und lassen, was du willst und keinem Mensch soll da was drin reden. Und was verlangst du dafür? Nix. Ich hab noch nie einen Bauern gesehen, der mir sonst was tut. Siehst du jetzt einen solchen? Na, warum sagst du denn nicht gleich? Wir sollen jetzt ein Jahr lang auf deinem Hof da arbeiten. Das wär zwar ein schönes Angebot, aber ich kann's leider nicht ohnehmer, weil das gegen meine Grundsätze ist. Arbeiten brauchst du nicht, wenn du nicht unbedingt willst. Und was du in einem Jahr aus dem Hof raus willst schaffst, das gehört dir. Mein Bruder, der Sternwirt, ist Zeuge. Glaubst du es jetzt? Na ja, wenn es daran Spaß macht, dann tue ich halt so, als ob sie sich glauben. Vielleicht glaubst du es eher, wenn es dir schriftlich gibt. Na, Bauer, ich weiß jetzt nicht, wie lange du den Spaß noch träumen willst. Gestern und drungen haben wir jetzt, dafür sagen wir, der vergeht's gut. Aber ich mein, es ist doch jetzt besser, wenn du uns wieder gehen lässt jetzt. Ja, weil du so dumm werdst doch, wenn's nicht sein. Hey, du siehst doch, dass mein Bruder ernst ist. Das Wundernd hab ich mich eigentlich schon lange abgewöhnt. Was ist denn dann mit meinem Kameraden? Der bleibt natürlich bei dir. So, glaubst du es jetzt? Steck's ein, Gabriel, sonst weinst du es nicht wieder. Ja, ich muss wohl, wenn es mir auch nicht recht wohl ist bei dir eine Geschichte. So, von jetzt ab bist du der Bauer auf dem Bachhof. Jetzt schau, dass du es richtig machst. Wenn du es richtig anpackst, dann brauchst du nach dem Jahr nicht mehr das arme Teufel vom Hof gehen. Und du? Ich geh in den Austrag, was ich brauch, das habe ich. Na ja, ich hab schon viel schlechte Erfahrungen gemacht. Und für uns eins ist es noch nie gut rausgegangen, wenn sich ein Bauern Spaß mit uns macht. Aber bitte, wenn du meinst, dann spiel ich halt am Bauern, sodass du da Freitag haben wirst. Ja, und ich kann jetzt da wirklich auf dem Hof anschaffen. Ja, Freule, da ist nämlich nix mehr drin. Wenn du es schaust, probierst du dann gleich richtig. Sag's dir mit Dienstboten aber selber. Die möchten nicht gern ein Blas auch kommen. Sag mal, Elias, kommt zu mir rein und bringt die Karte auch mit. Na, hast du jetzt gesehen, dass du ein gore Wort geholt? Dann hast du nur gleich einen neuen Sarg am Messen von dem da. Das heißt doch, gescheite Leute werden nicht alt. Und den Alten kannst du sagen, sie kann mir ein Röserl ruhig schicken. Vielleicht möchtest du mir einen Austrag ziehen. Ja, wehe, dass ich dir eine Gummibahn geschickt hätte, der dich ins Narrenhaus bringt. Da gehörst du nämlich hin. Auf das Gesicht von meiner Alten bin ich reingere, wie es das hört. So, jetzt verlasst ihr euch da mal herkommen. So, dann macht es euch bequem. Was ja gar nicht? Mit dem richtigen Federbänden. Natürlich, der neue Bauer. Wer hat sich das nicht im Heuschlaf verlassen? Gabriel, ich glaube, wir sind im Himmel. Vielleicht bleiben wir schneller wieder raus, wenn wir reingekommen sind. Was gibt's dem Bauer? Eine kleine Überraschung aber für euch. Von heut ab hat der Bacher vom neuen Bauer. Da steht er. Oh, der schaut gut aus. So was brauchen wir, die zwei Bauern. Wir haben doch einen Arm schon gemacht. So ein Narrenstöckl. Als letzte Narrenstöckl, Kartl. Wie weißt du denn? Gabriel. Wie der Erzengel. Schon wieder einen aus der biblischen Geschichte. Und ich lese da mal so schon. Ja, wir wollen uns auch da in den Himmel einrichten. Wir werden schon gut auskommen miteinander, gell? Also arbeiten wir noch so viel, wie wir sehen müssen. Und keinen Handstreich mehr, weil das gegen meine Grundsätze ist. Die Hauptsache ist, ein gutes Essen. Wo ist denn die Hauserin? Ja, einpacken du jetzt, weil's der Bauer rausgeschmissen hat, sagt's. So, dann schmeiß ich wieder wei. Die Hauserin bleibt da. Du findest dich recht schnell, als neue Bauer. Aber ich hab dir versprochen, dass ich dir nichts drehe rät. Und dabei bleibt's. Und du nimmst jetzt gleich mal in den Schubkarren, holst ein Faschen Bier. Das gehört zum richtigen Endstand. Ach so hab ich mir einen Bauer nicht mehr vorgestellt. Da hab ich mir einen guten Tasch gemacht. Und du sagst zur Hauserin, dass sie wieder da bleiben soll. Und sie ist eindeutig. Kann man hier richten, damit man auspacken kann. Na, die Arbeit ist schnell geschenkt. Bleibt der da auch bei uns? Freilich. Wir fordern die schon richtig raus. Die Hauserin stehst du also wieder ein? Freilich. Die brauchen wir doch für unseren Hinnehmen. Kannst du mir sagen, was das da alles zum Bedeuteten hat? Nein. Aber wundern tut mich gar nichts mehr bei unseren Bauern. Kannst du mir für den du sagen, wo da der Haken ist? Warum soll da ein Haken sein? Weißt du überhaupt, was er dir geschenkt hat? Nein. Der Hof ist gringerechnet 50.000 Mark wert. 50.000 Mark? Hast du einen Bleistift? Nein. Nein. Aber einen Geilen. Natürlich auch. 50.000 Mark. Was richtet du da aus? Ja, weißt du denn du, was 50.000 Mark sind? Das sind 100.000 Glas Schnaps. 100.000 Glas. Große oder kleine? Bring ich jetzt nicht raus. Die sind am Tag. Du wirst doch den Hof nicht in lauter Schnaps umrechnen. Ich hab's ja gewusst, dass die Geschichte einen Haken hat. Einen Haken? Warum denn? Weil die Zeit nicht reicht. Nassl, in dem einen Jahr können wir den Hof beim besten Willen nicht versaufen. Das war's ja nicht. Das war's ja nicht. Das war's ja nicht. Und das war's ja nicht. Applaus Im Haus werden sie noch alle schlafen. Jetzt ist die beste Gelegenheit zum Verschwinden. Warum sollen wir von da verschwinden? Ich bin froh, dass wir so ein schönes Platz gefunden haben. Dann möchtest du vielleicht warten, bis sie es rausschmeißen? Ich bleib da und kann jetzt den Ross bringen, mich von da fort. Ach, du schau her. Mein Kleiner wird selbstständig. Was meinst, was uns der Bauer heute erzählt, wenn der seinen Rausch ausgeschlafen hat? Pass auf, wie uns der die Rechnung vorweist. Was soll der denn von uns wollen? Er kann uns ja nichts nehmen. Aber geben. Und wenn's bloß ein Buckel voller Schläge ist, verlass dich drauf, Nassl. Und so einer kriegt nichts geschenkt. Für alles musst du zahlen. Für den Rausch zahlst du mit dem Kader und für die Leerb zahlst du mit der Freiheit. Zahlen musst du auf jeden Fall. Ich glaub's nicht, dass der Bauer sich bloß einen Spaß mit uns gemacht hat. Ja, glaubst denn du im Ernst, dass es so einen Narren gibt, der uns zwei ans Herrn auf den Hof reinsetzt? Dann dürfen wir überhaupt nicht mehr ans Glück klagen. Ja, weißt du, dass das ein Glück wäre für uns? Du darfst bald jungen nach der Landstraße, nach unserem freien Leben. Ja, aber gleich. Einen Bauern hab ich gestern gespielt, der sich singen lassen können. Aber dass du die Hauserin so schön da hast, das hat den Bauern vielleicht nicht recht gefallen. Na ja, das kann schon sein. Das Schöne muss man immer nehmen, wo man's kriegen kann. Gabriel, warum müssen grad mehr auf alles verzichten, was schön ist? Du findst eben nur das alles schön, was du nicht haben kannst. Für mich war's wie ein Tag im Himmel. Wenn du immer da leben musst, dann wirst du schnell merken, dass der Himmel auch seine Sexwerktag hat. Die Gewohnheit schlagt jede Freude kaputt. Na ja, schau dir doch am Bauern an, der hat alles das, was du dir wünschst. Und trotzdem ist er ein unzufriedener Mensch. Warum soll der nicht zufrieden sein? Ja, weil er eben auch nach dem verlangt, was er nicht haben kann. Vielleicht werdet ihm die Landstraße, unser freies Leben, der Himmel. Das Schönste ist immer das Ungewohnte. Wenn das stimmt, dann müssen für uns die Arbeit die Schönste sein, weil das er mir am wenigsten gewöhnt. Ja, also da sieht man mal wieder, wie das Wohlleben den Menschen verdirbt. Ich bin jetzt der Arbeit 25 Jahre aus dem Weg gegangen. Und nicht, weil ich es füge, nein, weil ich ihre Folgen kenne. Andere arbeiten auch und sind zufrieden dabei. Wir sind aber keine anderen. Das muss der Merker. Nassel, wer für die Landstraßen geboren ist, kann niemals mehr ein anderer werden. Wer sagt denn das, dass ich für die Landstraße geboren bin? Bis jetzt habe ich das Leben mitgemacht, weil ich es nicht anders gekannt habe. Aber seit gestern weiß ich, dass es noch ein größeres Glück gibt, als man auf der Landstraße finden kann. Brauchst mir nichts mehr sagen. Ich habe schon mehr gute Kameraden verloren und immer war ich weit dran schuld. Hatte die Dirne wirklich so schnell den Kopf verdreht? So verstandsam, hat mit mir noch nie wer geredet wie die Kattel. Soll ich dir sagen, was sie gesagt hat? Dass es schade ist um dich. Und so ein Bursch wie du müsste ich auch mit der rechtschaffenden Arbeit fortbringen können. Dann könnte es auch noch sowas bringen im Leben. Woher warst denn du das? Ja, meinst du denn, ich habe das die letzten 25 Jahre nicht schon öfters gehört. Aber nimm sie mal beim Wort. Mach die Probe drauf. Dann wirst du schnell merken, dass sie nix mit dir zu schaffen haben will. Und dass du immer nur der Landstraucher bleibst für sie. Du hast halt die Liebe nie kennengelernt. Was du für die Liebe halbst, ist das Mitleid. Und Mitleid habe ich nie gebraucht. Nein, ich meine. Heiß Liebe oder heiß Mitleid, was frag ich dir nach? Ich weiß bloß, dass ich seit meiner Bubenzeit gestern wieder das erste gute Wort gehört habe. Gabriel, du warst mir ein guter Kamerad. Aber ich kann nicht mehr mitgehen mit dir. Ich will dir auch nicht zureden. Ich frag gleich einen Bauern, ob ich bleiben darf. Und jede Arbeit soll immer recht sein, wie er mir gibt. Guten Morgen. Ihr habt euch ja schon früher aus die Federn gemacht. Respekt. Pass auf, wie wir jetzt fliehen. Den Stecker kannst du ruhig weg tun. Wir gehen ja schon von selber. Wo wollt ihr schon hin? Ihr habt ja noch gar keine Morgensuppen gehabt. Was? Was? Eine Morgensuppen soll ich mir auch noch kriegen? Ja, wenn es was anderes willst, dann musst du es halt der Hauserin sagen. Ja, aber... Wo willst du ja gewiss die Federn anschauen? Was möchtest du denn mit dem Stecker? Das Viech muss ich austreiben. Und da weiß man recht, wenn du für eine heutige Arbeit heiterin möchtest. Ach so? Ja, soll denn die Gaudi heute noch weitergehen? Du kennst unseren Bauern nicht. Was hab ich dir gesagt, Gabriel? Wir dürfen drinbleiben in unserem Himmel. Warte noch, bis die Ernte losgeht. Da wird uns der Himmel nicht mehr so gut gefallen. Nein, das kann mich nicht schrecken. Sag mal gleich arbeiten, damit ich anfangen kann. Da ist der Bauer. Den musst du fragen. Okay, bring mich nicht in Verlegenheit, gell? Geht ihm halt irgendeine Arbeit, wo ihm die dummen Gedanken vergehen? Soll er halt zum Miesbraten gehen mit der Karte? Ja, das ist die richtige Arbeit für mich. So, und da bleibt's liegen. Bis in alle Ewigkeit. Ich bin gespannt, wie lange die Ewigkeit dauert. Guten Morgen. Guten Morgen. Wo ist denn der Nacken so schnell hingegrennt? Der hat ja noch gar keine Morgensuppen gehabt. Ja, den sättigt die Liebe. Bei manchen Leuten schlagt sich die Liebe auf den Magen. Oder aufs Hirn. Aber bei denen fällt es nicht so auf. So. Nachher stärk ich mich halt einmal, bevor ich zum Regieren anfange. Auf die Regierung bin ich neigierig. Jetzt kannst du zeigen, was in dir steckt. Nein, lieber nicht. Da käme nicht viel Gutes zum Vorschein. Du bist doch ein Mensch, der das Leben kennt. Der mit allem fertig wird, wenn er will. Ja, wenn er will. Aber das Wollen hab ich schon längst verlernt. Das lernst du schon wieder. Zwar keine leichte Aufgabe, die verkommene Wirtschaft da wieder in die Höhe zu bringen. Aber wenn wir fest zusammenhalten, dann geht's. Zusammenhalten? Wir zwei? Ja. Weil es dir's nicht erfreut, wenn du dem Bauern nach einem Jahr den Hof wiedergeben kannst. Und da hat's gesagt, schau her, das hab ich fertiggebracht. Nein, so ehrgeizig bin ich nicht. Es war aber eine gute Lehr für den Bauern. Na ja, das kann schon sein. Aber ich taug gewiss nicht seinem Lehrmeister. Schade. Für wen? Für mich oder für den Bauern? Der Bauer ist gewiss kein schlechter Mensch. Dem steht noch sein eigener Dickschädel im Weg. Ich glaub fast, der hat dir den Hof nur deswegen gegeben, damit's ihn zu Grund richten sollst. Ja, das bring ich vielleicht eher fertig. Ich will aber nicht, dass der Bauer doch seinen Eigensinn zu Schaden kommt. Ach so? Was, ach so? Ja, dass du bei dem Bauer noch so viel übrig hast. Er ist nicht, glaub, fein umgesprungen mit dir. Wer weiß, was ihn dazu gebracht hat, dass er so geworden ist. Aber grad weil er keinem Menschen mehr was Gutes zutraut, sollten wir ihm zeigen, dass wir's gut mit ihm meinen. So gern hast du. So leid tut er mir. Das ist das Gleiche. Und du willst mir also nicht helfen? Nein. Was bekümmert es mich, ob der Bauer einen Schaden hat oder nicht? Ich bin eine Verliebte mehr. Ich hab wenig gute Zeiten gehabt in meinem Leben. Warum soll es da den Zufall nicht ausnützen? Gabriel, du bist doch ein ehrlicher Mensch. Ich hab mir noch keinem Wachtmeister geglaubt. Aber ich glaub's. Ich glaub an das Gute, was in dir steckt. Ich bin jetzt der Arweib 25 Jahre aus dem Weg gegangen. Meinst du, dass ich's damit nochmal anfangen? Und noch dazu für den anderen? Auch nicht mir zu lieb. Meinst du, der Bauer denkt, dich da sorge um ihn? Ich will kein Dank. Ich will ihm nur helfen. Herrgott ist der Bauer ein Esel. Gell, du hilfst mir. Konsei, aber auf eine andere Art, wie es du meinst. Weil der tickt schon da drauf eine besondere Kur. Du darfst bloß nicht irre werden an mir. Ich hab gewusst, dass ich mich auf dich verlassen kann. Guten Morgen. Guten Morgen, Bauer. Der Bachhofer bin ich, der Bauer ist der da. Bin wohl ein bisschen umgekommen. Wieso denn? Kannst du in deiner Sturm aus- und eingehen, wie's dir gefällt? Ich bring dir gleich deine Morgensuppe. Na, Gabriel, wie gefällt's dir denn? Die Hauserin? Jetzt hab ich gesehen, dass dir die gefällt. Bin ja nicht auf sie angefallen. Du merkst aber auch alles. Na ja, ist ja ganz ein Wierbe, die Finne. Die kann sogar meine Grundsätze zum Wackeln bringen. Die müssen nicht viel wert sein, deine Grundsätze, falls du sie wegen einem Weibspiel aufgibst. Na, mei, mir gefällt's auch einmal, die Finne. Von dir kann's ja gleich sein. Ja, das ist mir auch geil. Das merke. Mein Vater hat zu mir immer gesagt, nur nicht bitte Dienstboten einlassen. Das bringt ein Bauer auf den Mund. Und mein Vater hat aber gesagt, mit der Hauserin musst du dich gut halten, dann schaut's auf dich. Was dein Vater gesagt hat, hat auf meinem Puff nichts zu sagen. Auf deinem Puff? Ach so, na ja. Ich muss mich erst besinnen, dass ich nicht mehr der Bauer bin. Bauer, meinst du nicht, dass ich's jetzt am besten ist? Ich sag dir jetzt, vergeht's gut für alles und geh wieder meine Weg. Schau, jetzt können wir noch in Freundschaft auseinander gehen und jeder steht wieder auf dem Platz, wo er hingehört. Gabriel, für das Wort muss ich dich achten. Aber der Bachhofer nimmt niemals ein Wort zurück, das er geben muss. So ein Stolz ist wahrscheinlich, wenn er am richtigen Platz ist. Aber ein Stolz übertreiben, das macht mir ja Dummheit. Schau, ich bin ein armer Teufel. Aber ich möcht's jetzt nicht zu meinem Vorteil ausnutzen. Weil, bis das du nicht, dann ist es ein anderer. Ach so. Ja, dann brauche ich mir keine Pflicht mehr zu zerbrechen. Du, aber als Bachhofer, du musst da anders aussehen kriegen. Ich hab da in der Kamera eine Wand aufgelegt, das ziegst du an und... Wolle her, das Geld, das steckst du ein. Da kommst du als Bauer nicht, wo die Geld rumläuft und ich schad dem Ansehen vom Hof. Das Geld wird sich aber nicht recht wohlfühlen bei mir. Also alt wird es gewiss nicht. Ich hab mir das gegeben, dass du es ausgibst. Ich kann mir nicht helfen. Immer, wenn ich ihr Geld in der Tasche hab, krieg ich ein Durst. So, dass ich den mal besucht. Na, Fini, du holst dir recht viel von dem neuen Bauer. Ja, da hast du Glück gehabt, dass du den erwischt hast. Das ist ein ehrlicher Mensch. Ja, das muss sich erst rausstehen, ob er ein Geschick zum Bauer hat. Bauer wird der keiner. War auch nicht der mir wert. Nach einem Jahr muss er sowieso wieder gehen. Ja, und dann wird es ihm schwerfallen, wenn er alles wieder aufgeben muss. Dafür hat er ein Jahr lang ein sorgenfreies Leben gehabt. Ist das nix? Fürcht nur, dass er dann erst merkt, was für ein Elend das erleben muss. Für ihn wäre es wahrscheinlich gescheiter gewesen, du hättest ihn gar nicht weggehalten von der Landstraße. Na, Herrschaft, heute kann ich es nicht keinem Menschen recht machen. Ich würde nicht wunder, was ich ihm für eine Freude mache. Geh, lieg dich doch nicht selber an. Du hast doch nur dran gedacht, wie du andere ein Posten spulen kannst. Der Gabriel war doch nix anders als ein Spielzeug für dich. Ja, und wenn schon, dürfen wir nicht wehren, wenn sie mich mit aller Gewalt zum Heiraten zwingen wollen. Ja, zu früher wäre es gewiss nicht mehr. Ja, dann hätte jeder gedacht, ich hätte mich wegen der Erbschaft und wegen dem Testament zum Heiraten zwingen lassen. Vielleicht ist es gescheiter, dass du nicht geheiratet hast. Eine Frau hätte nicht viel Gutes an deiner Seite gehabt. Na, na, na. Jetzt schneide ich mich nicht gar so schlecht hin. Du lässt doch keinen Willen gelten, außer dem Deinigen. Das war ein Schlechtshausen mit dir. Seit gestern bist du bei mir am Hof und willst du mich schon so gut kennen. Du siehst mich nach verschlossenen Türen, als du weißt, wie es dahinter ausschaut. Das dahinter schauen würde sich wahrscheinlich gar nicht lohnen. Du bist ein Mensch, der sich nicht helfen lassen will. Bei einem anderen lohnt es sich wohl besser. Wie machst du denn das? Haltst du mich für blind? Na ja, den Himmeler Pferden gibt es wahrscheinlich bloß für Handwerksburschen. Bauer! Was ist denn? Die Nadel musst du wieder rausschmeißen, sonst gibt es Unglück. Warum? Ich sag dir, das ist ein ganz gefährlicher Bruder. Mit dem haben wir was Sauberes ins Haus gerückt. Was hat er denn angestellt? Der Kerl ist mit der Kattl zum Mistplatten gegangen. Was ist das alles? Ja, ich mein, das ist gmur. Und jetzt sind sie ganz allein im Windanger draußen. Warum bist du noch nicht mitgegangen? Ich hab doch die Stahlarbeit machen müssen. Hoffentlich ist nichts passiert. So einem Landstreuer kann man alles zutrauen. Kattl ist halt gut, dass er selber auf sich aufpasst. Zum Aufpassen bin ich da. Der Nadel ist der harmloseste Mensch von der ganzen Welt. Da ist ich nicht lach. Wer weiß, was das schon alles auf dem Gewissen hat. Vielleicht ist er gar schon gesessen. Du, jetzt hörst du aber auf, gell? Wenn du was Schlechtes sagen willst, dann tue es, wenn er dabei ist. Was soll er denn da tun zum Wischpern mit der Kattl? Wenn es was Gescheites wäre, könnt ihr es ja laut auch sagen. Vielleicht haben sie es ausgemacht miteinander, dass es einen Windanger draußen umbringt. Der will ganz was anders. Aber wenn ich dahinter komme, dann kracht es. Ich glaube, du bist auf deine eigene Schwester eifersüchtig. Nein, aber der Schmidlinz hat mir drei Mark gezahlt, dass ich aufpasst auf die Kattl. So, und es geht hinaus dazu. Und wenn ich was spann, dann renne ich ihm die Misskommel rein. Was rennst du denn du von der Arbeit davon? Du bist schuld, wenn der Kattl was passiert, weil du den Nass noch mit Nass geschickt hast. Aber der ist in der längsten Zeit da gewesen. Hast du da auch was gesagt? Nein. Ich sag schon Schmidlinz, da werden wir ja sehen, was passiert. Was gibt es, Elias? Nix. Ein kleiner Schreck muss dich überstehen. Bis du kannst. Ist mir ein gestorben? Nein, einen Besuch kriegst. Ein gut narischer Teufel. Wer ist sie? Die Sternwirtin. Die Sternwirtin? Du, der gehe aus dem Weg. Ach da, schau her. Gibt es doch noch jemanden, vor dem du Respekt hast? Schauf wir es vom Hals. Na, da musst du schon gestorben sein, bevor sie dich weiter schaffen lassen. Dann sag, was du willst, nur schauf wir es vom Hals. Hals, darf ich sagen. Bloß nicht die Wahrheit, dass er Angst hat vor ihr. Feiglich. Grüß dich, Gott, Elias. Grüß dich. Bist du allein? Jetzt nimmer. Das ist eine Ehre, dass die Sternwirtin zu mir kommt. Mein Schwager hat mich wohl kommen sehen, dass er sich trugt hat. Oh nein, das wird einem leid tun, dass er die nicht trugt hat. Wenn er das wollte, hätte er schon längst einmal kommen können. Aber wenn er nicht zu mir kommt, komm halt ich zu er. Ja, wer die Sehnsucht kennt. Da hört man ja nette Sachen. Da wird's höchste Zeit, dass ich mich drum kümmer. Da wird er froh sein, der Bauer. Das kann ich mir vorstellen. Wenn ein Haus brennt, dann muss man löschen und kann ihn lang fragen, ob's auch recht ist. Da kommst du also als Feuerspritzen? Wenn's sein muss schon. Ich kann ihn doch nicht mit offenen Augen in sein Unglück rennen lassen. Ja, ich fürchte nur, da bist du schon ein bisschen zu spät drum. Solange das Jahr nicht um ist, ist auch noch nicht zu spät. Mordens, die schaut zu, dass sich die Wiesberger Seffer da als Bayerin reinsetzt. Da liegt der Hund begraben. Die Seffer hat mir schon viel angetan. Vor 35 Jahren hat's mir meine Hochzeiter weggeschnappt und ich hab mich mit meinen Olden zufrieden gehen müssen. Und jetzt soll sie gar als Bäuerin da in meiner Nachbarschaft sitzen? Das war natürlich hart, wenn du deinen frühen Hochzeiter jeden Tag sehen würdest. Der ist mir schon lang wurscht. Jetzt hab ich mich schon an meinen Olden gewohnt. Also, wo ist jetzt der Bauer? Der Alte oder der Neue? Der Alte natürlich. Mit Nein befass ich mich später. In seinen Austragsstüberl. Ja, dann hol ihn! Geht nicht. Der ist krank. Jetzt komm, geh weiter. Ich hab nicht so lang Zeit. Der Alte braucht nicht wissen, dass ich da herüben bin. Oh, schau, schau. So einen liderlichen Lebenswandel hätte ich dir gar nicht zutraut. Wieso? Der Alte sitzt ahnungslos daheim und du schlägst zu einem anderen. Das macht meinen Leuten gewiss keinen Kummer. Aber ich fürchte, dass er mir über den Schnaps kommt. Lass ihm doch die Freude. Einen Trost braucht jeder Mensch. Sag einmal, wo ist denn eigentlich der neue Bauer? Und was ist denn das für einer? Das ist ein strammes Mannsbild. Der wird dir gefallen. Mir gefallen überhaupt kein Mannsbild mehr. Als Wirtin lernt man die Kadetten viel zu gut kennen. Schau, wenn deine Reize so verblühen müssen. Auf meine Reize ist noch keiner neu gefallen. Bis auf den alten. Der hat das Geschäft geheiratet und nicht mich. Sag einmal, dass du unseren Bauern so zum Heiraten zuratzt, wo du selber so schlechte Eheerfahrungen machst. Wieso schlechte Erfahrungen? Ich bin mit meinem alten Rechtsfrieden. Der macht nicht mehr Dummheiten als alle anderen auch. Und wenn er mal älter wird, dann kommt er schon noch zur Verlust. Grüß Gott. Sakra hast du die du gemausert. Dir hat zum Bauern wirklich nichts mehr gefällt wie das Gewand. Ja, das ist nur äußerlich. Einwendig brauche ich jetzt dringend eine Auffrischung. Das muss der Sternwirtin sagen. Die hat die richtige Medizin für dich. Auch du bist die Sternwirtin. Grüß dich. Wir werden bald gut bekannt werden miteinander. Also die Arbeit am Hof wird ja wenig Zeit fürs Wirtshaus lassen. Doch hast du fest zugreifen, wenn du den Hof in Ordnung gehalten willst. Ja, ja, das hab ich schon gesehen. Auf dem Hof muss noch vieles anders werden. Ah, so. Hast du das auch schon rausgefunden? Ja, ja. Da fällt es an allen Ecken und Enden besonders im Keller. Im Keller? Was soll denn da fehlen? Ein einziges Fassl Most ist getrunken. Und das ist sauer. Ich kann doch nicht das ganze Jahr am Most saufen. Also bloß am Saufmester. Da muss es ja Sternwirtin gehen, wenn es den besonderen Guss da hast. Ja, aber was tue ich denn, wenn ich bei der Nacht einen Durchkrieg? Gell, davon schloppt sogar dir die Rede. Also von dir kann ja der Schwage noch was lernen. Und wer soll die Arbeit machen? Die Arbeit ist das einzige Laster, das ich nicht hab. Klar, jetzt kaufen wir mal einen Schnaps, damit mein Einwendiges auch zu meinem schönen Gewohn passt. Also, der hat euch grad noch gefehlt. So hat sich der Bauer einen Schönervogel ins Nest gesetzt. Ja, der versauft ja Haus und Hof. Das ist ja nur der Sefer ja schon noch. Wegen der rührer die Kornfinger. Aber ich hoff, dass sich der Gori doch noch anders besinnt und heirat. So, und jetzt führ mich zu dem Schwerkranken, damit er ihm den Kopf zurechtsetzen kann. In dem Punkt nimmt er keine Vernunft an. Vor mir schon, verlass dich drauf. Weißt, wenn einer nicht vernünftig ist, dann muss man vernünftig machen. Probiert euch Glück, aber ich glaub nicht, dass du es ausrichtst. So, ja, wo sind die jetzt hingommen? Gerade war die Sternwirtin noch da. Okay, wir brauchen doch die Wirtin nicht. Ich bin doch wegen dir hergekommen. Wegen mir? Ja, kennst du mich denn da? Nein, aber ich sollte doch keiner lernen. Ja, mein Basel, wo ich sie so haben, hat sie noch nicht geredet mit dir. Nein. Ja, sie hat ja gemeint, ich soll daheim warten, bis sie mich holen lasst, aber ich sech ja gar nicht ein, warum ich da nicht dabei sein soll. Und dann mag ich auch mit dem Wirt nicht allein bleiben. Der gibt ihm ja keine Ruhe. Ja, das kann ich mir denken. Wieso? Na, so einer Versuchung kann nicht leicht einer widerstehen. Du bist da aber einer, ha? Ja, bei dir war das aber auch ganz was anders. Ja, du, was wollt eigentlich dein Basel mit mir reden? Ja, na, wegen uns zwei heu. Ich bin doch die Hauptperson. Du? Ja, du schon auch. Wir zwei miteinander halt. Also, wenn es mir jetzt du noch sagst, wer du bist, dann kenne ich mich vielleicht aus. Ja, aber ich bin doch das Röserl. So. Ja, so ein Röserl möchte ich vielleicht gerne mal proben. Deswegen bin ich ja da. So ist es recht. Weißt du, ich hab mir gedacht, warum soll ich dir jetzt hier mal Basel lang reden lassen? Wenn du mich selber siehst, dann gefällt er sowieso und du weißt gleich von vornherein, was du mir einmal kriegst. Ja. Du darfst mich vielleicht schon ganz genau anschauen. Bei mir ist alles durch und durch echt. Ja, da hast du wirklich recht. Du bist wirklich interessant. Okay. Das hat jetzt noch keiner gesagt. Bloß immer, dass ich schön bin, aber das weiß ich ja selber. Ich mein, du bist fast zu schön für mich. Ja, der Jüngste bist der du gerade nimmer. Naja, aber wenn die Kinder mal mir nachschlagen, dann macht's ja nix. Weißt, ich sag immer, was nutzt meine ganze Schönheit, wenn keiner was hat davon? Also, du kannst direkt das stärkste Mannsbild schwach machen. Das weiß ich schon. Da, klang einmal her, wie mein Herz schlägelt. So was hab ich schon lange nimmer gespürt. So ein Herzklopfen hab ich bei oft. Jedes Mal, wenn mir einer gehalten. Wie haben wir's denn da? Da is einer. Also, dümmer hättest du nimmer reinkommen können. Vor dem brauchst ich nicht genieren. Das is bloß der Gnecht. Schade, dass wir jetzt nimmer allein sind, gell? Mach dir nix. Komm mit raus ins Gartenhäusl, dann können wir weiterreden, wir zwei. Mann? Ich freu mich. Du, ich bin aber ganz bestimmt kein solcher nicht, gell? Aber bei dir ist das ja ganz was anders. Ja und mein Basel hat ja gesagt, dass du der Richtige für mich bist, also werdet's auch nix dagegen haben. Und heiraten werden wir ja sowieso. Und am Basel muss man folgen, gell? Ich bin für das Licht daheim, wenn jemand nach mir fragen sollt. Wo bist du denn dann? Wo werde ich denn schon sein? Im Himmel. Bauer, da hast du was angestellt. Und der heißt nur dazu Gabriel. Was ist denn geschenkt, Elias? Geschenkt? Bis jetzt noch nix. Aber ich glaube, ist Geschichte bald was. Warum hat denn der Gabriel noch mal geschickt? Der hat nicht nach dir geschickt. Der kann dich jetzt gar nicht brauchen. Was soll die denn dann halt da? Das weiß ich auch nicht. Seid ihr schon fertig mit dem Missbraten? Nein. Der Gesäferl ist gekommen und hat gesagt, ich soll so schnell wie möglich heimkommen. Der Gabriel braucht mich. Der Lauser, da ist kein Wort wahr. Wie kommt der dazu, dass er mich so zum Narren hält? Eifersüchtig wird er halt sein. Eifersüchtig? Doch nicht auf die Kattel. Auf die Kattel hast du dich noch nicht gespannt, dass die zwei zusammenhalten wie Pech und Schwefel. Ach, so ist es. Ich hätte mir es ja denken können. Jetzt hat es das Grab verhagelt. Wenn es nur das wäre. Gell? Jeder Mensch hofft doch einmal auf seinen Himmel. Das muss er ja, weil er sonst das Leben gar nicht ertragen könnte. Und da kommt so ein Bursch wie der Gesäferl macht einen Wischer und der ganze Himmel liegt in Scherben. Das musst mir jetzt schon genauer erklären. Weißt, seit gestern habe ich gehofft, dass auch ich einmal einen Platz an der Sonne finden könnte. Und heute hofft es nicht mehr. Nein, weil mir die Augen aufgegangen sind. Aber seit gestern weiß ich, was ich hätte können, wenn es Glück mögen hätte. Schau, morgen schaut vielleicht alles anders aus. Du darfst nicht zu viel wollen auf einmal. Sei froh, dass du wenigstens einen Platz hast, wo du hingehörst. Was nutzt mich das? Ich habe nichts mehr, auf das ich mich freuen kann. Du Esel, der Natsl. Der Xaverl hat mir gerade eingestanden, dass er dich dahergenaut hat. Aber ich habe ihm schon die Fitten gelesen, der macht zu zweit mal nimmer. Das hättest er sparen können. Ich trage dem Xaverl überhaupt nichts nach, denn durch ihm sind mir die Augen aufgegangen. Was sind Augen aufgegangen? Ja, über was denn? Hat er dir vielleicht vom Schmiedlens was erzählt? Da ist voll nichts dran. Nein, erzählt er mir gar nichts. Ach, rennen wir nicht davon. Wenn ihr nicht redet, dann kommt sie zu keinem End. Ich glaube, wir sind am End, bevor es angefangen hat. Warum bist du jetzt auf einmal so unruh zu mir? Was kann ich dafür, dass ich da Gesauferl und dummen Spaß gemacht hab mit dir? Jetzt fangt's gar noch zum streiten und geht's wieder an eurer Arbeit. Soll sie sich doch vom Gesaufer leifen lassen? Das tue ich ja. Wenn ich wusste, dass du noch bocken wolltest mit mir, dann hätte ich gar nicht weglaufen brauchen. Jetzt ist bei ihr Grauthaufer gelaufen. Wo ist der Gabriel? Im Himmel. Im Himmel werden sie mir auch bald verleiden. Hätten gewischt. Aber gar so leicht will ich es eben nicht machen. Noch hat er seinen Himmel nicht verdient. Das ist doch wurscht, wenn den Hofs Grund kriegt. Er oder ich. Das versteht der Gabriel besser wie du. Du wärst ja selber froh, wenn es ihn auf eine gute Art wieder loskriegen. Ich weiß, dass er dummheit von mir war, aber er hat mein Wort. Ja, wenn er von selber geht, bist du dein Wort ledig. So Ski kriegt er seiner lieb tag nimmer. Mit einem guten Trinkert lässt sich bei solchen Leuten viel ausrichten. Aber das nutzt ja nix, wenn du nicht Vernunft annimmst. Und heiratst, das wolltest doch sagen. Vielleicht wäre es das Beste, wenn alles ungeschenk machen könnte. Ja, nicht nur vielleicht. Ist doch ein ganz anderes Leben für dich. und brav. Ist auch ein Basel von mir. Und wenn ich dir selber eine raussuch, dann kriegst du eine Feuerin, an der du erfreut hast. Also wenn ich schon eine heirat, dann suche eine raus nach meinem Geschmack. Ja, weißt denn du schon eine? Ja. Na ja, nimmst halt die. Ich hätt's zwar gern gesehen, wenn Röserl-Bachhoferin worden wär. Aber na ja, wenn der andere besser gefällt, sollst mir auch recht sein. Du musst das ja haben. Das ist ja, ich hab's eben noch nicht. Bist noch nicht einig mit dir? Ich glaube kaum dass es mich nimmt. Ja, nachher lass laufen. Der Bachhoff-Bauer braucht nicht lang bitten. Nimm's Röserl. Da weiß gewiss, dass nicht nasa. Stimmt, das bringt dich gar nicht fertig. Ja, und gefragt bist. Ja, Mare! Ja, was tust du bei meinem Bruder? Und ich suche das ganze Haus nach dir ab. Die Dummheit muss ich wieder gut machen, die ihr mit Gabriel angestellt habt. Das hab ich mir gedacht, dass ich wieder schuldig bin. Ich hab nicht gesagt, dass du schuld bist, aber du warst dabei. Und wo du dabei bist, kommt nix Gescheits raus. Ja, weggelaufen. Ja, wo ist denn hin? Was weiß ich? Ja, nachher schau, dass sie find, sie soll herkommen. Ja, zu was denn? Du bringst das ja doch nicht los. Sag die sind, die finden bei uns schon abnehmen. Was ich einmal in Hand nimm, das führe ich auch zu end. Ich bin mit den Gori schon einig. Einig ist ein bisschen zu viel gesagt. Du hast wirklich rumgekriegt? Na ja, eine Kleinigkeit fehlt noch. Er wollte zuerst eine andere, aber warte noch, bis er das Röser gesehen hat, nachher will er keine andere nimmer. Was hab ich dir gesagt? Mein Aldi bringt alles fertig, was ich will nicht. du jetzt. Ja, wo kommt's denn hier zwar her? Von da draußen. Patl, ich hab ihn schon gefunden, mein Bachhof-Bauern. Gerade sind er einig geworden, gell? Wem heißt? Meinen Bauern? Gell, das hab ich gut gemacht. Wie komm's denn zu dem? Ja, aber du hast doch gesagt, dass er nicht recht zirrt mitm Heiraten. Also hab ich kurz einen Prozess gemacht und bin gleich selber her. Und wir waren sofort einig, Gabriel. Also das ist das liebe, verstandsame Röserl. Das glaub ich, dass es dir gefällt. Du, die lacht noch Jahre nicht mehr an. Oh, na, na, ich halt mir schon fest, mein Gabriel. Ja, wenn du meinst. Was hast denn du angestellt so dumme Urschel? Der ist doch der Bachhofer. Was der? Du, Gabriel, bist du nachher du? Das ist nur der Reservebauer. Was? Bauer? Ein Handwerksbursch ist er. Was, ein Handwerksbursch? Also das war gemein von dir. Ist ja nicht so schlimm, Röserl. Was ihr miteinander ausgemacht habt, das macht man natürlich wieder rückgängig. Rückgängig? Aber das geht doch nimmer. Was? Er hat mir doch schon das Verlobungspuzzle gegeben. Das wird mir mehr schwarz. War die Angst. Alter, fall mir bloß nicht in Ohnmacht. Du könnt ihr ein Gewicht nicht erhalten. Sag, aber meinst du nicht, dass Röserl vielleicht doch nicht die richtige für mich ist? Sie gefällt mir ja soweit ganz gut, aber sie vermäxelt mir ja zu leicht miteinander. Na, du hast Besuch da. Soll ich was bringen? Ja, es kann sein, dass mein Schwägerin eine Stärkung braucht. Jetzt habe ich mir wegen dir so viel Mühe gegeben. Jetzt kannst du den Herrn Lodri heiraten. Was heiraten? Handwerksburschen. Haha, da bin ich schon zu gut dazu. Ja, das habe ich auch nicht verlangt von dir. Aber ich, das hättest du früher überlegen müssen, bevor du das arme Kind um den guten Ruf bringst. Jetzt müssen wir halt schauen, dass wir für dich eine Arbeit finden, wo du eine Frau erhalten kannst. Nein, nein, so hoch will ich nicht, raus. Warum hast du nachher am Bandlich mit dir? Ich kann einem schönen Dändl halt nix abschlagen. Aber sitzen lassen könntest du, gell? Keirat wird. Sie darf Aber ich will doch den Gabriel gar nimmer. Du hast überhaupt nix zum Wollen. Du brauchst auch keine Angst nicht haben, Röserl. Ich kann dich ja gar nicht heiraten, weil ich schon andere Verpflichtungen hab. Was ist jetzt das wieder? Ja, weil ich halt schon eine andere hab, der ich das heiraten versprochen hab und der hat ältere Rechte. Also gegen dich bin ich direkt ein weißen Knäbler. Wer ist nachher das? Warum möchtest du das wissen? Weil ich dir kein Wort glaub davon. Also mit der Ausred kommst man nicht aus. Ja, warum sagst du es denn nicht gleich, Gabriel, dass ich es bin? Wir haben doch nichts zum befürchten. Du? Eine muss ja sein. Ich kann den Gabriel beim besten Willen nicht lassen. Den kannst du schon behalten. zu dir passt der Handwerksbursch sowieso besser als zu mir. Red nicht so blöd der Herr. Der Gardel wäre immer noch besser gewesen als gar keiner. Schade, dass mit dem Röserl nichts mehr werden kann. Aber schau du nur um die andere, damit der Hof seine Bayerin kriegt. Nein, das ist aus und vorbei. Die, die ich wollen hab, die sind gar nicht besser wie alle anderen auch. Weiber Gsindel! Warum hast du das jetzt gemacht? Weil es Leute gibt, die nie wissen, was wirklich wollen. Geh weiter, will ich. Schau nach ins Geschäft. Da gibt es für uns nichts mehr zum verdienen. Ja, aber was macht man jetzt mit Brösel? Hebt es gut auf, vielleicht kriegt es Knospen. Das ist ein Musik Ich kenn einen Bauer schon von klein auf, aber so narrisch hab ich in meiner Läb doch noch nicht gesehen wie gestern. Wirklich? Das vergisst ja der Bauer nicht, dass du die mit dem Gabriel einlassen hast. Da ist doch kein Wort wahr, Elias. Das glaub ich nicht und der Bauer glaubt das erst recht nicht. Ich hab doch dem Gabriel helfen müssen in seiner Verlegenheit. Dass sich der Bauer darüber ärgert, dafür kann doch ich nix. Ich bin zwar schon alt, aber deppert bin ich deswegen noch lange nicht. Soll ich dir sagen, was mit dir los ist? Verliebt bist du in den Bauern bis über beide Ohren und ihr in dir auch und keins will es zugeben. Was du alles weißt. Ich hab doch dem Bauern versprechen müssen, dass ich ihn nie heiraten will. Ja und jetzt wart's drauf, dass er dich heiratet. Ja, das war auch was anderes. Aber dann muss er zu mir kommen. Da musst du aber lang warten, weil der Eigensinn ist beim Bauern größer wird, Lieb. Und bei dir scheint's auch. Ja, ich hab dich jetzt in Ruhe ausreden lassen, weil man einen Narre schnell dreireden sollt. Aber jetzt erst einmal an, was ich dir zum sagen hab. Was ich gestern gehört hab, das glaubt mir. Aber mich wirst du doch anhören. Nein. Ihr seid gestern direkt nicht ab, die Porzellange, sie jetzt war. Was ich einmal zerbrochen hab, das kippt ihr auch wieder zusammen. Was in Scherben gegangen ist, kommt auf den Schutthaufen. Was ist denn eigentlich in Scherben gegangen? Das fragst du noch. Alles Gute, was ich bisher von dir glaubt hab. Ach, du hast schon mal was Gutes von mir glaubt. Das hast du mir ja noch gar nicht gesagt. Viel, was denn der Gabriel wahrscheinlich umso mehr gesagt haben. Fini, das hätte er dir nicht zutraut. Das brauchst du mir nicht zutraut, Bauer. Und damit es wieder einen besseren Glauben an mich hast, sag ich dir jetzt, zwischen dem Gabriel und mir war nix, is nix und wird nix. Sein. Geh, ich darf's mir nicht für dümmen halten, wie ich bin. Ich kann dich nicht zwingen, dass du mir glaubst. Ich hätte es dir ja gern glauben, aber... Aber du glaubst eben lieber das Schlechte von mir wie das Gute. Also wenn ich's ganz bestimmt wüsste, dass... Dann? Ach, das hat doch alles keinen Sinn, ned? Ja, wenn das alles keinen Sinn hat, dann kann's mir ja gleich sein, was du von mir denkst. Vielleicht kommst du später mal drauf, dass ich's Gute mit dir gemeint hab. Aber dann ist es zu spät, weil wir zwei aufgerettet haben miteinander. Ja, wo läuft das davon, wo wir nicht einmal geredet haben miteinander? Sonst hätte ich das letzte Wort mithalten. Also, Bachhofer, der ist wirklich nimmer zum Helfer. Ihr macht mir was zum Narren. Das braucht man nimmer machen, das bist du schon. Du, Gabriel, hast du einen Augenblick Zeit für mich? Ja, was möchtest denn? Der Nackl is nimmer da. Nimmer da? Wieso? Ja, fort is er. Ach, geh, der hätt doch zu mir was g'sagt. Vielleicht hat ihm jemand was Schlechtes von mir g'sagt. Ja, gestern is er da herin beim Elias g'wesen und da war er auf einmal ganz anders zu mir. Anders? Ja, wie war er denn so? Sag einmal, denkst du denn ja alle miteinander nur mehr an Liebschaften? Wir haben doch keine Liebschaft nicht, aber wir haben ihn gut leiden können. Ja, und jetzt is er fort, ohne dass er für Gott g'sagt hat. Ja, das kannst du ja von einem Handwerksburschen nicht anders verlangen. Auf dem Hof hätt er auch keine besseren Manieren lernen können. Seine sämtlichen Liegenschaften sind im Fentar, hat er ja noch da oben. Meinst du, der kommt nimmer? Wenn's ja bei uns nicht gut noch war, dann soll er halt draußen bleiben. Soll dem sein Himmel jetzt schon nimmer gefallen haben. Eifersüchtig, weil der halt sei. Wegen mir? Ja, da hat er doch keinen Grund gehabt. Auf dem Xaverl. Ja, gehst du was Dummes auf meinen Bruder. Ja, das hat er eben nicht gewusst, dass der Xaverl dein Bruder ist. Ja, hast du's ihm denn nicht gesagt? Ja, ich wär mich hüten und misch mich unter Liebsleut. Nein. Und ich hab ja auch nicht gedacht, dass er so schnell davor rennt. Xaverl, komm einmal rein. Was willst du vom Xaverl? Ja, soll ihn wiederholen. Ja, meinst du, der erwischt ihn noch? Ja, weit kann doch der noch nicht sein. Was soll ich denn? Der Nazli ist fort. Ich weiß schon, die hat mir ja fortgegesehen. Ja, warum hast du nachher gehen lassen? Weil ich froh bin, dass er fort ist. Ich hab was anderes auch noch zu tun, als dass ich mir auf dich aufpasse. Du brauchst auf mich nicht aufpassen, ich bin volljährig. Mei, der arme Kerl wird jetzt in der Welt rum in Not und Elend. Ja, freilich. Am Gläher flackt er unter die Hallerbäume und schläft. Wirklich? Ja, dann hab ich umsonst die Angst ausgestanden. Und dem brauchst du keine Angst haben. So einer ist wie ein Wanzen. Wo der mal drinsitzt, bringst du ihn immer raus. Halt deine Weisheiten für dich und geh wieder an deine Arbeit. Du bringst es noch so weit, dass er dem Schmidl ins seine drei Mark wieder geben muss. Siegst, Elias, es ist so wenig, was der Nazl verlangt. Und doch hat er Nieder. Lass ihn doch reden, den dummen Buben. Ja, er sagt das, was die anderen denken. Aber mich kann es nicht mehr kränken. Ich bin es ja gewohnt, dass es mir lieber Gesegen wird kommen. Nur um den Nazl ist es mir leid, weil der sein Lehrgeld noch nicht gezahlt hat. Ah, grüß euch. Grüß dich. Ja, der Sternwirt, grüß dich. Was macht mein Röserl? Die weint. Und dein Alte? Die schimpft. Ja. Hat sie sich noch nicht beruhigt? Nein, dein Alte beruhigt sich nie. Die kocht. Na ja, das ist ja ihr Geschäft. Die kocht, vermut. Und du? Mich freut's. Das ist das erste Mal, dass sie ihren Kopf nicht durchsetzen können. Heut ist ganz klar. Aber so wie der Alte, können wir jetzt ja die Schnee wieder erholen. Die hat sich ja ganz besonders in ihr Herz geschlossen. Na ja, das macht nix. Bei mir beißt sie auf Granit. Mein Alte beißt nicht. Die bohrt. Das ist viel gefährlicher. Ja, ja. Ich mach mir gern zum Sündenbock. Wenn sie mir nur den Bachhofer in Ruhe lasst. Na, der ist ja zu fein heraus, als sie sein Haus nicht mehr betritt. Glaubst du das? Na, freu dich. Deswegen bin ich ja da. Jetzt hab ich endlich ein sicheres Platz, wo sie nicht hinkommt. Ich glaub gleich gar, du hast Angst vor deiner Alten. Geh Blödsinn. Ich brauch auch gerade einen Platz, wo ich in Ruhe meinen Schnaps tritten kann. Weißt du, daheim, da schaut's mir zu viel aufs Maul. Da schmeckt er mir nicht. Also, wenn man sowas sieht, kann einem direkt die Lust aufs Heiraten vergehen. Also, ich hab jetzt Ruhl drüber nachgedenkt und die Geschichte lasst sich schon wieder in Ordnung bringen. Du? Ja, gibt's denn das auch? Ja, beide, sowas gibt's. Der Schnaps ist nicht gut für dein schwaches Herz. Du Schatz. Du schatzt meinem schwachen Herzen viel mehr als der Schnaps. Du hast doch gesagt, dass du da nicht mehr reingehst. Dann hab ich mir's wieder anders überlegt. So kann man sich auf dein Wort verlassen. So wie ich mich auf dich verlassen kann. Jetzt gehst du heim, schaust nach dem Geschäft, bis ich die Sache mit denen zwei in Ordnung gebracht hab. Jetzt weiß ich ja nimmer, bin ich der Sternwert oder der Hausknecht? Für einen Hausknecht durst man's wenig. Aber geh nur, damit ich wenigstens einen Nutzen von dir hab. Und beides, falls du den Schlüssel zum Schnapskastl suchst, den hab ich da, damit du nicht unnötig suchen brauchst. Damit du dir das nächste Mal die Mühe ersparen kannst. Von dem da hab ich noch drei Stück für die Gott bereit. Da, setz dich jetzt einmal her. Dann wollen wir schauen, wie wir die Geschichte wieder einrenken können. Mit uns zwei? Nein, mit dem Röserl und dem Gori. Aber zuvor muss ich wissen, was gestern zwischen euch gewesen ist. Also für das Röserl kannst du jederzeit die Hand ins Feuer legen. Wenn's nur nicht miteinander im Gartenhäusel gewesen wär's. Den Schwager hätt ich gestern beinah so weit gehabt. Aber durch eure Dummheit habt's alles wieder verdorben. Ja, wär's dem Bachhof Bauern schon beibringen, dass das Röserl von mir in keiner Weise beschädigt worden ist. Ja, wenn ich selber mit ihm rede, dann klappt er mir's schon. Ja, hoffentlich. Und du wirst hoffentlich das Deine dazu beitragen, dass die Sache wieder in Ordnung kommt. Ja, ich wüsst nicht, was ich sonst noch tun könnte. Du musst so schnell wie möglich fort vom Hof. Wenn's ihm aus den Augen bist, kann er keinen Verdacht mehr haben. Ah, jetzt weiß ich endlich, was du hinaus willst. Also das ist doch das Wenigste, was ich von dir verlangen kann. Na, komm's aber nicht so vor, als ob das gar so wenig wär. Brauchst keine Angst haben, dass du Not leiden musst. Aber anständiges Zergeld soll's mir nicht ankommen. Nein, 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 das kann ich ja gar nicht annehmen. Dann nehm ich lieber das Röserl, das kommt ja billiger. Ja, und die Hauserin? Ja, das wär nicht die Erste, die als verlassene Braut da sitzt. Na, ist gut. Dann wird jedenfalls heute ein Verspruch gefeiert. Wenn's mein Schwager nix wird, halte ich mich sowieso an dich. Ja, aber ich will doch den Gabriel gar nicht mehr. Ja, das macht's jetzt miteinander aus. Ich muss so einen Sprung heim. Das lasst mir jetzt keine Ruhe. Ob das stimmt mit den drei Schlüsseln? Du Gabriel, war das dein Ernst, dass du mich heiraten wolltest? Ja, freilich. Dein Basel will's ja so haben. Das sagt's doch nur, damit du vorgesollst. Ja, und du? Magst bitte denn du heut nimmer? Ja, mich schon, aber doch nicht heiraten. Was meinst denn du, was mein Vater sagt, wenn ich mit dir daherkomm? Der schmeißt uns ja alle zwei raus. Ja, aber bei Bachhofer wärst du auch wenig Aussicht haben, dass er dich nimmt. Wegen uns zwei, meinst du? Ja, weil er sich aus dir nix macht. Ach, das ist nur, bis er mich näher kennt. Mir hat nämlich noch keiner widerstehen können, wenn ich wollen hab. Gabriel, du hast ein Brief für den Bachhofer. Ja, trag ihn gleich in den Sturm rauf, er ist um. Du, sag einmal, tut dein Nerzl jetzt gar nix mehr arbeiten? Wie meinst du denn das? Weil er mit den Kattel im Geschirrkammerl draußen hockt. Ach, geht's. Sei doch nicht so futterneidisch. Lach sich mit zwei doch gerne erfreut. Die Kattel soll sich einen richtigen Burschen aus dem Dorf nehmen. Nicht ein solcher, mit dem sie sich von den Leuten schauen muss. Also, wir können doch anstellen, was wir wollen. Irgendjemanden gehen wir immer im Weg um. Vielleicht wird's wirklich Zeit, dass wir weiterkommen. Na, von mir raus kannst du schon da bleiben. Mir macht das nix aus. Na, aber den Bachhofer kannst du nicht recht. Das macht doch nix. Wenn ich mal Bayerin bin, hat er sowieso nix mehr zu sagen. Du hast es aber gut vor mit ihm. Ja, du, der muss doch froh sein, wenn er mich krieg. Was, Gabriel, solche gibt's nicht viel, wie er ich bin. Ja, da hast du recht. Schön bist's nicht, aber selten. Sag mal, geh mit einander ab, okay? Mich siegst du aber gar nicht hart. Ja, da seh ich schon was Gescheites. Ilias, ich muss mit dir was reden, aber unter vier Augen. Komm, Rüserl, geh mir. Der Bauer hat euch kein Auge für deine Schönheit. Ja, wenn der wüsst, dass es um sein Lebensglück geht, dann hätt er schon Augen für mich. Komm, Ilias, kennst du die Wiesberger Seffa, die Verwandte vom Seligen Bachhofer? Nein, woher denn? Die war ja noch nie da am Hof. Jetzt ist sie da. Was nicht, sagst du, wo ist sie denn? Beim Lampenwirt sitzt drüben und schreibt, sie hat was zu sehen mit mir. Ja, warum kommst du da nicht her? Keine Ahnung. Kannst du dir denken, was die von mir will? Na, was wird sie wollen? Den Hof? Den kannst du erst nicht in einem Jahr verlangen. Ja, vielleicht hat sie erfahren, dass du den Gabriel auf dem Hof noch machst. Das ist Neusach. Nein, nicht ganz. Es kann ja nicht gleich sein, wie auf dem Hof gewirtschaftet es ist. Und sie muss es dir auch nicht gefallen lassen, dass ein Fremder den Hof zugrund richtet. Pass einmal auf. Du setzt jetzt deinen Hut auf und gehst rüber zu ihr. Warum soll ich da einen Hut aufsetzen? Ich find auch ohne Hut rüber zum Lampenwirt. Dann setzt halt keinen auf, auf alle Fälle gehst rüber zu ihr und sagst, ich hab dich geschickt. Sie soll dir sagen, was sie von mir will. Jetzt geht's vor, schick dir. Ich warte schon, bis ich komme, sonst wäre sie nicht extra hergekommen. Schick Zeit. Na, die wird das wohl warten können, bis das Jahr um ist. Herr Nassl, was warst du jetzt so wichtiges? Ich muss einen haben, den ich von meiner Freundin erzählen kann. Ja, hoffentlich bleibt es so. Ich kann den Gesauferl in Gold fassen, weil er der Bruder von der Kattel ist. Geil, Gabriel, jetzt ist das Glück doch zu mir gekommen. Wenn eine Stolz dir in dein Glück ausmacht, dann bist du wirklich ein genügsamer Mensch. Was nutzt bitte die reichste Bauern-Tochter, wenn ich sie nicht haben kann? Und bei der Kattel weiß ich, dass sie mich mag. Und sie muss ja nicht immer stolzern bleiben. Wenn wir ja fleißig und sparsam sind, dann schaffen wir es auch noch weiter. Na, also wenn ich sowas schon höre, fleißig und sparsam. Jetzt habe ich mir so viel Mühe gegeben, dass ich dir vernünftige Grundsätze beibringe. Und so planierst du jetzt deinen Lehrmeister. Und zu dir kommt das Glück, wie es auch noch. Ich verstehe überhaupt nicht, wie ich bis jetzt leben konnte. Aber geh, ich verlange, dass ich anständig aufhörst bei mir im Haus. Warum soll ich mir mein Glück denn selber kaputt machen? Ich kann ein schönes Bleibmann stehen sehen, ohne dass ich es gleich abbrocken will. Ja, da ist der Gabriel ganz anders. Der brockt sich auch ein Röserl, das gar nicht ferngewachsen ist. Ja, weil, es gibt eben Röserl, die wollen geprockt werden, bevor sie ganz verblüht sind. Ja, und du hast jetzt deinen Himmel gefunden, den du dir gewünscht hast. Und du hast immer gesagt, für uns gibt es nichts mehr als für die Landstraße. Na, also wenn du es einmal so weit bringst, dass ich dich nicht mehr über die Schulter anschaue, dann glaube ich auch an deinen Himmel. Aber bis dahin wirst du über manchen Steinen stolpern. Das Glück will verdient sein, sonst ist er keins. Gabriel, mir kannst mein Glauben nimmer nehmen. Dem Burschen könnte man fast neidisch sein. Der verlangt so wenig vom Leben, dass er schon mit nix zufrieden ist. Der verlangt vom Leben das Gleiche wie du? Los, mach, das ist ein bisschen einfacher. Was ist, was du mit der Fini schon geredet? Nein. Du wartest wohl, bis sie zu dir kommt und fragt. Sie müssen doch meine Tatsche nur heiraten, damit man die Erbschaft nicht auskommt. Du brauchst ja bloß auf diese Erbschaft verzichten. Ob sie mich aber auch nimmt, wenn ich keinen Hof mehr hab. Ach so, ja dann, dann heiratst du, Röserl. Dann hast du eine Bäuerin unteren Hof. Nix, das tue ich nicht. Wenn ich die Fini nicht kriege, dann heirate ich überhaupt keine. Du ziehst auf die ganze Erbschaft da. Na also, jetzt weißt du schon wenigstens mal, was du willst. Das ist schon etwas. Jetzt brauchst du mit der Fini bloß noch reden, dann weißt du doch gleich, dass du dran bist mit ihr. April, weißt du mir doch kein Rat. Doch, ich weiß doch nicht. Na was? Häng dich auf, dann blamierst du dich nimmer. Und die Fini kann sich um einen anderen schauen, der mehr ein Courage hat wie ein du. Der hat gut reden. Aua, Aua. Was ist? Glaubst du ein Wunder? Nein, aber ich wäre heut, wenn sie geschenk ist. Wieso? Mir ist heut das erste vernünftige Frauenzimmer untergekommen. Vielleicht gar die Wiesberger-Sefa. Ja du, die ist vielleicht gescheiter, wie wir alle miteinander. Vielleicht gescheiter, wie du. Da gehört nicht viel dazu. Die ist nicht nur gescheit, die ist auch schön zum Anschauen. Das interessiert mich nicht, das will ich nicht wissen. Ja, wenn sie es nicht wissen will, dann brauch ich auch nichts erzählen. Schaut's heute, weil ich ja selber nicht übergegangen bin. Ja, das wäre gescheiter gewesen. Du wärst schnell einig gewesen mit ihr. Einig? Ja, wir haben ganz verstandsam miteinander geredet und dann haben wir festgestellt, das ist das Testament für die Katz ist. So. Und dann haben wir beschlossen, dass wir den ganzen Streit aus der Welt schaffen, indem dass du diese verheiratst. Ah, habt's ihr beschlossen? Ja, ich hab auch nicht gescheiter drei gesagt, wie du, bis ich begriffen hab, dass das eine ganz gute Idee ist. Sag einmal, hat die vielleicht noch mehr so gute Ideen? Ja, da musst du schon selber fragen. Du musst halt rübergehen zu ihr. Du wirst uns ja wohl anschauen, wenn deine Zukunft geht. Nein, nein, du, das wäre zu viel Ehr für sie. Du gehst sofort bitte rüber zu dir und sagst dir... Ich sag ihr gar nichts. Danach ist das eine Dummheit und ich war schuld. Schreib ihr halt, dann gibt's keinen Zweifel. Das ist die Idee. Eben. Du, der schreib ich einen Brief, wie sie in ihr ganzem Leben noch keinen gekriegt hat. Du kannst jetzt deine ganze Wut auslassen. Jawohl. Wut ist denn die Seffer? Na, was kann man sagen? Frühes Mittelalter. Sehr geehrte Seffer, der Elias, der alte Esel, hat mir dein ausgescharmtes Angebot überbracht. Ich weiß schon lange, dass du eine hinterkünftige Erbschleicherin bist. Das ist nicht schlecht. Aber dein Heiratsantrag ist eine Gemeinheit. Muss es reich zogen? Der Brief ist für einen Advokaten gereinste Funkraum. Im Oktober werde ich 45 Jahre alt. Dann kannst du von mir aus den Bachhof haben. Ich verzichte lieber auf die ganze Erbschaft, bevor ich mit dir etwas zu tun haben möchte. Ja, jetzt musst du das Ganze aber schon ein bisschen versalzen. Aber wie? Ja, weißt du, ein Weib kann man immer ärgern, indem, dass man eine andere lobt. Also schreib, dein Antrag kommt überhaupt zu spät, weil ich in ein paar Wochen meine liebe Hauserin heirate. Das ist doch nicht gewiss. Macht nichts, Hauptsache die Seffer ärgert sie. Schreib. Meine Hauserin ist von hinten schöner wie du vorne im Gesicht. Und ist mir ohne Hof lieber, wie du mit sechs Bauernhöf aus. Sechs Bauernhöf aus. Jetzt grüßt dich herzlich, dein Gregor Lenz. Komm her, fragst du keinen Schreiben, weil ich den Brief gleich selber übertrage. Schade, dass ihr Gesicht ins Hinkommen, wenn sie den Brief liest. Ja, ich sag dir dann auch schon, wie es geschaut hat. So, jawohl, jetzt ist mir schon bedeutend leichter. Ach, du bist ein Norschwager. Na, das ist recht, da können wir mal vernünftig diskrieren miteinander. Bist du jetzt wieder besser aufgelegt? Ori? Meinst du mich? So weit sind wir noch nicht. Und warum soll denn der Schwager schlecht aufgelegt sein? Das sag ich doch auch. Ich war noch nie so gut aufgelegt wie heu. Ich bin so jeder schandhauffähig. Ach so, du bist besoffen. Was? Jetzt pass einmal auf, Schwager. Ich hab das Kind ernsthaft ins Gebet genommen. Was für ein Kind? Na, das Röserl natürlich. Die hat mir alles beichten müssen. Du, auf die Beichtgeheimnisse bin ich gar nicht neugierig. Dich geht es aber ganz besonders an. Und ich weiß jetzt, wie es in Ihren armen, unschuldigen Herzen ausschaut. Ja, da muss ein schöner Durcheinander drin sein. Aber das Herz schlagt doch nur für dich, Gori. Jetzt hast du ja alles verraten. Ja, drum ist es mit dem Gabriel im Gartenhäusl draußen gewesen. Ja, da siehst du eben, wie arglos das Kind ist in Ihrer Unschuld. Ja, aber da ist doch gar nichts Unrechts geschenkt. Und dann hab ja ich gar nicht gewusst, dass ja der Bauer gar nicht ist. Ja, du musst dir glauben, Schwager. Was? Das Röserl wäre ja voll zu dumm zum Lügen. Das glaube ich. Na, wenn du das willst, dann glaube ich es halt. Mir geht es ja nichts an. Ja, wem sollst du denn sonst angehen? Nimm's Röserl. Also ein treueres Herz kannst du wirklich nicht mehr finden. Also ihr wisst wirklich nicht, was ihr mit seinem treuen Herzen anfangen sollt? Das sag ich dir dann schon, wenn ich mal deine Beierin bin. Ich glaube, dass ich noch keinen so gern gehabt hab als wie dich. Sonst hätte ich jetzt nicht so Herz klopfen. Das klopft aber oft bei dir. Ich will doch nichts anderes, als dass ihr zwei glücklich wären. Du glaubst ja gar nicht, wie glücklich, dass ich dich machen wär. Ja, ich mit Zeit habe ich nicht. Sag einmal. Der rutscht mir ja immer weg. Was denn? Er ist halt noch ein bisschen schüchtern. Aber das gibt sie schon noch mit der Zeit. Ja, gar nichts gibt sie mit der Zeit. Seit der Herrschaft Zeiten habt ihr das alle mit dem Antrag nicht abgesehen. Grad vorhin hab ich einen ehrenwerten Heiratsantrag absagen müssen. Wer hat dir einen Antrag gemacht? Die Wiesberger Seffer. Die Seffer? Ja. Ja, wie kommt denn die dazu? Das muss ja eine ganz eine ausgeschabte Person sein, wenn sie sich selber antragt. Was es doch für Weiber gibt, gell? Die trennen sich direkt aus. Ja, merken kann ich einmal, wie es einem zufrieden sein. Ja, aber da brauchst jetzt gar keine Angst mehr haben, Guri. Jetzt bin ja ich da, gell. Ach so. Dass jetzt ich grad die so gern haben muss. Sag einmal, Rösserl. Wen hast du eigentlich nicht gern? Ich muss mich grad zusammennehmen, dass mir das Wasser nicht in die Augen kommt. Ja, wenn es noch ein bisschen warzt, dann kommt es schon noch. Ja, wo ist es heftig denn bei mir? So, Leute, hat es Feierabend gemacht, das ist recht. Warum magst du nicht so leicht? Du gefällt mir doch auch bei der Stockfinster-Nacht. Die gehen am besten in die Stube drauf. Die Dienstleute brauchen nicht jedes Wort hören, was da gerett wird. Ah, Guri, haben sie dich wieder hinterreißen? Ja, und dich haben sie wieder mit deinem brüderlichen Segen herbestellt. Lass deine du mit Spaß und hoff dich her, wenn du schon einmal da bist. Eigentlich dürfen sie ja die Leute ruhig wissen. Da können wir auch gleich da herunter in Verspruch feiern. Natürlich warten wir da ein bisschen. Hoffentlich kommt es bald so weit. Doch, jetzt hörst du es. Hättest du bei daheim gar keinen solchen Krach machen brauchen, gell? Oh, Elias, was ist es? Was hast du gekriegt mit dir? Ja. Und, was hat sie gesagt? Ich soll vorausgehen, sie kommt gleich noch. Die Wiesberger-Säfer, da her zu mir. Die kann was zum Hören kriegen von mir. Also, die Ausbrache habe ich mir schon lange gewünscht. Jetzt darfst du froh sein, dass Röserl da ist. Dann sieht die Sefer gleich, dass nichts mehr zu machen ist. Ja, Röserl. So schnell bist du bei der Unterhauworgel. Für dich ist es nimmer das Röserl, sondern die Bachhof-Päuerin. Und jetzt wirst du ja selber einsägen, dass du nimmer länger am Hof bleiben kannst. Geh, lasst du doch den armen Teufel. Wenn ich da mal Bayerin bin, dann kenn ich sowieso nimmer. Röserl, mit deinem goldigen Gemüt kannst du das noch einmal weit bringen. Du möchtest Bachhof-Päuerin werden. Aber das können sie jetzt schon langsam begriffen haben, Schwager. Das ist leider nimmer gerade möglich. Der Bachhof gehört nimmer, auf den habe ich schon verzichtet. Ja, wem denn nachher? Der Wiesberger-Säfer. Du hast den Bachhof nimmer. Ja, was tust du denn auch, du? Ich geh in den Austrag und mach mir's gemütlich. Du bist mir nimmer ganz richtig im Kopf. Also so viel Dummheit auf allen Haufen gibt's doch gar nimmer. Du wärst ja doch nicht einbauten, dass ich mich zu dir in den Austrag sitz. Ja, da wird's ein bisserl eng werden für deine große Liebe, gell. Aber wenn du mich so gern hast, dann wärst du schon drein gefühlt. Gern und gern. Ich möcht wissen, was an dir dran ist, zum Gern haben. Also, Röserl, du hast wirklich kein Glück mit den Bauern vom Bachhof. Weil's so viel Mannsgrüder im Kopf hast, dass du mir zum Richtigen kommst. Jetzt weiß ich wirklich nicht mehr, was ich mit dir noch anfangen soll. Ihrem Vater schickst du's wieder? Das muss doch ohne Wert. Ganz recht. Mit dir hab ich mich schon oft nur planiert. Verhorn zu deinem Vater und sag ihm, er soll sich selber einen dummen Sucher, der seine Schulden zahlt. Ja, da hast du recht. Soll ich eine Hacksteck, wie ihr seht, kriege ich daheim nämlich dutzendweise. Du, Gabriel. Was möchtest du? Dein Adress. Wenn ich keinen anderen füge, bist du immer noch besser, als wer gar keiner. Ja, schade, dass aus deinem Herzenswunsch nix geworden ist. Ich hab nur noch einen Herzenswunsch. Dass ich der Wiesberger selber meine Meinung sagen kann. Die Person hat mir schon Ärger genug gemacht. Vor 35 Jahren hat's mir meine Hochzeiter weggeschnappt und heut kommt's mir auch schon wieder dazwischen. Was hör ich da? Du hast vor mir schon einen Hochzeiter gehabt. Einen anderen schon als wie dich. Oh, finde ich der Beste. Komm, geh mir gleich meine Kammer rauf. Ich muss einiges reden mit dir. Warum? Dürfen es die anderen nicht hören? Ich weiß ja nicht, wie die Antwort ausfällt. Die Antwort kannst du gleich haben, du mein eigensinniger, narischer, dick geschädelt, du. Du gibst mir die Antwort schon, bevor ich überhaupt gefragt hab. Darum hab ich auch gewartet, bis ich deine schriftliche Erlaubnis hab. Was hast du schriftlich? Ja, du hast an der Seffa geschrieben, dass du deine Hauserin heiratst. Kennst du die Seffa? Dann wärst du bestimmt auch gesagt haben, dass ich keinen Hof mehr hab. Den hab ja dann ich. Alter, kommst du da noch mit? Du? Was mit dem Hochzeiter los, Herr Mächtigwiss? Den Hof, den kriegt doch die Seffa. Ja, die bin doch ich. Wer bist du? Du heißt doch Fini. Ja, so Fini bin ich daug. Kannst Seffa oder Fini zu mir sagen, wie du willst. Also mit der Luft kommst du mir nicht weit, gell? Die Seffa hab ich schon früher gekannt. Ja, du meinst meine Mutter. Ach so. Ja, wie heißt nachher dein Vater mit dem Vornamen? Allos heißt er. Stimmt. Alice hat er geheißen. Freilie, brauch dich ja nur anschauen. Mein Gott, das sind seine Augen. Jetzt wollt ich da einen Krach machen, aber ich bring's nicht fertig. Du kannst ja gar nix dafür. Hätte Alice mich geheiratet, wär's doch jetzt mein Kind. Also, Alice hat er geheißen, die abgeschabte Hochzeiter. Ja, dann hast du mich noch genommen, weil du den Alice nicht gekriegt hast. Dann war ich sozusagen dein Notnagel. Der bist heut noch bald das. Oh, das hätt ich früher wissen müssen. Du bist doch aber eifersüchtig geworden, ne, Alter? Schmarrn. Mir ärgert's bloß weiter. Alice ist gescheiter, wo bin ich? Jetzt kommt nicht weiter, Baldess. Du kommst ja noch drauf, wo dein Himmel auf Erden ist. Also, den Himmel, den will ich dir zur Not noch glauben. Aber dass ich dich für einen Enklo schau, das kannst du wirklich nicht von mir verraten werden. Es ist doch passiv, dass jeder seinen Himmel woanders sucht. Und dabei ist er so leicht zu finden. Wo denn, Elias? Im Bett. Gute Nacht. Nacht, Elias. Ich bin jetzt froh, dass die Porzellanschüssel wieder ganz ist. Überlegt euch das Heiraten nicht so lang. Nicht, dass die Schüssel wieder einen Sprung kriegt. Was meinst du, Geni? Es geht doch nicht. Du musst das Jahr schon aushalten, was Gabriel zugesagt hat. Ach so, natürlich, ja. Sonstig ist's nix, Gabriel. Ich hab dabei wartet. Wenn's heut im Überbau geschenkt ist, aber da kann man nix mehr ändern. Ich weiß, was ich dir zu verdanken hab. So ist es durch mich kein Schaden haben. Kann ich. Über das reden wir morgen weiter. Komm. Wir haben uns einiges zu sagen. Wenn ihr ins Bett geht, dann macht ihr das Lüft aus. Kommt für dich. Kommt. nach hinten. Und wann wären wir mal so weit seid, Kadl? Wir zwei. Ja, ich weiß, was wir noch warten müssen. Bis jetzt musst du ja auch noch schammer mit mir. Das tue ich doch nicht, Naz. Ich kann das Glück noch gar nicht fassen. Du bist der erste Mensch, der gut ist zu mir. Armer Kerl, hast du es nicht leicht gehabt? Wenn ich daran denke, dass ich dich einmal verlieren könnte. Ich hätte gewiss keine gute Stunde mehr in meinem Leben. Nein, was wollen wir jetzt schon daran denken, was später einmal wird? Weißt du, was das Schönste ist? Wenn wir einen Kreuzer zum anderen leben, dann schaffen wir es bestimmt einmal zu einem kleinen Häusl. Was dir alles einfällt. Das brauche ich mir doch, wenn wir heiraten. Heiraten? Mir? Geh, du narischer Gisbel. Ja, das wollen wir doch einmal. Oder nicht? Geh, du dummer Batschi. Das kann doch nie sein. Du meinst, mich kannst du nicht heiraten? Schau, Nazl. Wenn sie auf mich ankommt, ich könnte mich drüber wegsetzen über dein früheres Leben. Aber man kann doch mit der Zeit vergessen, was einmal gewesen ist. Ja, ich vielleicht. Aber die leu' ich nicht. Schau, Nazl, ich bin bloß ein Staldian, aber ich hab auch meinen Stolz. Ich könnte es nicht vertragen, wenn mich die Leute drumherum anschauen, weil du früher Bettlbrot gegessen hast. Katl. Ist besser, ich sag dir's, bevor sie dir die anderen spüren lassen. Und ich hab mir immer eingebaut, dass du mich gern hast. Ja, ich hab dich ja gern, Nazl. Mehr, wie es gut ist für mich. Gute Nacht. Schlaf gut und lass doch was Schönes träumen von mir. So, Herr Lieb, verstehe ich nicht. Du bist noch da, Nazl. Das ist gut, dass ich wenigstens dir für Gott sein kann. Du gehst wieder, Gabriel. Eine schöne Nacht zum Wandern und für uns auch eins die richtige Art zum Verschwimmen. Und die muss ich jetzt allein lassen in deinem Himmel. Den Himmel haben sie mir schon zerschlagen. Du hast recht gehabt, Gabriel, dass man für alles Schiene zahlen muss. Nichts wird einem geschenkt. Du wolltest mitgehen? Wir zwei, wir können mal zusammen. Für uns ist ja doch kein Platz bei den anderen. Wir schirren halt wieder. Einmal wird der Weg schon ein Ende haben. Ich hab's gekommen sehen. Mach's wie ich. Nimm's nicht so schwer. Du musst nichts zurücklassen, Gabriel. Aber ich. Du weißt das, genieß. Aber das Leergeld, das braucht dich nicht rein. Das muss ja jeder zahlen. Und das hilft dir dazu, dass sie dir immer weniger anhaben können. Schau, den blauen Himmel und den Sonnenschein, den können sie dir nicht nehmen. Und es findet sich auch immer wieder ein Herberg. Warum müssen die Menschen so sein? Blasen wir ihnen stolz. Wir haben dafür unsere Freiheit. Glaubens, Neuzl, mancher von den anderen ist ärmer wie wir. Komm, Freientl, die Landstraßen warten schon auf uns. Applaus 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 Applaus